Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 306 vom 1. Oktober 2022. Ganz herzlich willkommen zu unserem Politik-Podcast, in dem wir die Lage der Nation hierzulande und in der Welt zusammenkehren, so uns die Ereignisse interessieren und wir sie für relevant halten. Mein Name ist Philipp Banse, ich bin Journalist. Und ich bin Ulf Burmeier, Jurist aus Berlin. Herzlich willkommen auch von mir. Am Anfang unserer Sendung wie immer eine kurze Hausmitteilung und das ist in dieser Woche ein herzliches Dankeschön. Die Lage wird ja ermöglicht durch Abos, unter anderem eine unserer Säulen. Und es gibt viele, viele Menschen, die uns mit einem solchen Abo unterstützen. Und deswegen wollten wir uns im Sommer bei euch bedanken. Und die gute Nachricht ist, die iPads, die wir da verlost haben, sind inzwischen verschickt. Die Menschen sind informiert worden und müssten in den nächsten Tagen Post bekommen. Und deswegen wollten wir auch an dieser Stelle nochmal herzlich Dankeschön sagen. Das ist einfach toll zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, denen die Lage am Herzen liegt und die sich deswegen ein solches Abo geklickt haben. Ja, das habe ich an dieser Stelle schon oft gesagt und das wiederhole ich auch bei jeder Gelegenheit. Und jeder, der fragt, wie ist eure Finanzierung, warum klappt das? Und dann sage ich jedes Mal, es sind vor allen Dingen die Abonnenten und Abonnentinnen, die einfach unglaublich treu sind und uns diese Arbeit ganz, ganz zentral mit ermöglichen. Also ich würde sagen, ohne euch wäre das die letzten Jahre nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und deswegen, ja, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Wie gesagt, es gibt die Kurzfassung, es gibt die werbefreie Version der Lage und es gibt auch ein redigiertes und korrigiertes Transkript der vollständigen Ausgabe. Genau, also auf diese Weise kann man dann die Lage der Nation nicht nur nachhören, sondern parallel dazu auch nachlesen. Das ist wirklich ganz cool gelöst in der Website, das heißt, der Text scrollt immer an die Stelle, wo sich das Audio gerade befindet. Das ist insofern auch eine gute Option für alle Menschen, die vielleicht nicht ganz gut hören können oder die Deutsch als Fremdsprache lernen und die auf diese Art und Weise Audio und Text unmittelbar miteinander vergleichen können. Gewohnheiten sind ja so eine Sache. Fakt ist, dass es einfacher ist, neue Gewohnheiten aufzubauen, als alte abzulegen. Hier gibt es aber die Möglichkeit, neue gesundheitsorientierte Gewohnheiten aufzubauen. Mit AG1 von Athletic Greens kann man das jetzt ganz einfach angehen und einfach in den Alltag integrieren, zum Beispiel als neue Morgenroutine. Einfach zack, einen Löffel von dem Pulver ins Glas, 250 Milliliter drauf und kurz schütteln. Schmeckt zum Beispiel auch mit Hafermilch oder Smoothie. Es ist ganz egal, wie eure jetzige Ernährung aussieht. AG1 ist für alle gemacht, passt auch zu einer Keto- oder auch zu veganer Ernährung und hilft bei regelmäßiger Einnahme dabei, Vitaminlücken vorzubeugen. AG1 enthält 75 Vitamine und Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, lebende Kulturen und Botanicals, die verschiedene Kernbereiche der Gesundheit unterstützen. Probieren ist ganz einfach. AG1 kommt als Abo, regelmäßig geliefert, wann und wie ihr möchtet. Auf athleticgreens.com-lage erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travelpacks zu eurem AG1-Abo dazu. Dazu gibt es eine 60-Tage-Zurück-Garantie. Nochmal athleticgreens.com-lage. Und damit, Philipp, denke ich, springen wir hinein in unser Pet, in unsere Themen der Woche. Und das erste größere Thema, dessen wir uns annehmen wollen, ist Putins sogenannte Teilmobilisierung. Der russische Diktator hat angekündigt, dass er weitere Hunderttausende von jungen Männern in den Militärdienst zwingen möchte. Gültig soll das ab sofort sein. Es soll so jedenfalls die offizielle Verlautbarung zunächst mal nur Menschen ab 22 treffen und nur Menschen, die bereits eine militärische Ausbildung haben. Und eben offiziell erst mal nur 300.000 Männer. Philipp, aber die russische Zeitung Novaya Gazeta hat sich dieses Dekret mal so ein bisschen genauer angesehen. Und das hat ja lustigerweise acht Punkte, von denen aber noch nicht alle öffentlich bekannt sind. Die Norweger Gazeta berichtet, dass dort, wie auch immer formuliert, daraus klar wird, dass es eben um viel, viel mehr Menschen als 300.000 Männer geht, sondern bis zu einer Million Männer eben von dieser Teilmobilisierung in Anführungsstrichen dann betroffen sind. Die Auswahl und Rekrutierung dieser schon 300.000, die scheint alles andere als rund zu laufen. Zuständig sind da die regionalen Armeedienststellen. Es werden alle links und rechts eingezogen, auch total willkürliche Kriterien angewendet, da landen Leute, die kaum Militärerfahrung haben an der Front. Also das scheint alles andere als gut organisiert zu laufen. Und die Frage ist natürlich, werden diese 300.000, wenn sie denn alle kommen oder dann vielleicht auch mehr Menschen, Männer in aller Regel, das Bild an der Front verändern? Ja genau, wir hatten das ja auch im Interview mit Carlo Massala vor einigen Wochen mal diskutiert. Was bedeutet das eigentlich, wenn Putin jetzt eine Mobilisierung ankündigt oder anordnet, wird das dann unmittelbar den Kriegsverlauf ändern? Und da sagt er auch, ja, das dauert jedenfalls Monate, bis man die Leute ausgebildet hat. Deswegen war so die Erwartung, das wird schon dauern, bis diese frisch eingezogenen Männer jetzt an der Front ankommen. Turns out, die werden einfach so gut wie gar nicht ausgebildet. Also klar, ein paar landen in Trainingscamps, andere aber haben nur einen einzigen Tag einen Crashkurs bekommen und befinden sich jetzt also schon quasi ohne Ausbildung an der Front in der Ukraine. Es kursieren in sozialen Medien auch Videos von Männern, die Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg ausgehändigt bekommen haben. Also noch nicht mal Sturmgewehre, sondern nur so einfache Gewehre, wo man manuell nachladen muss. Es sind Videos von verrosteten Kalashnikovs aufgetaucht. Also die Kampfkraft dieser Truppen dürfte minimal sein und die Motivation ist ja auch minimal. Mit anderen Worten, die haben einfach überhaupt keine Lust für Putin zu sterben. Warum sollten sie auch? Und deswegen ist die Erwartung vieler MilitärexpertInnen, dass sich diese Truppen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit auch ergeben werden. Außerdem gibt es natürlich auch ganz, ganz viele strukturelle Probleme, die mit dieser Teilmobilisierung überhaupt nicht adressiert, geschweige denn gelöst werden. Also das Institute for the Study of War, ein Kompetenzzentrum, würde ich mal sagen, für die Berichterstattung und für die Analyse dieses Krieges in den USA. Die schreiben halt über veraltete Kommandostrukturen, zu wenig Kriegsgerät, rostige Panzer. Rekruten, hast du es gesagt, werden halt mit vergammelten Gewehren ausgestattet. Es gibt nur dumme Geschütze, die quasi der Gravitation folgen und kaum oder wenig Lenkwaffen. Die Luftwaffe wird kaum eingesetzt wegen eben westlicher Luftabwehrraketen. Die Nachschubwege sind unter Feuer durch westliche Heimars, Raketenwerfer und auch die Panzerhobitze 2000, die aus Deutschland geliefert wurde. Und auch diese Mobilisierung, muss man ganz klar sagen, ist jetzt auch nicht die allererste. Das ist jetzt also durchaus nicht so, als wenn Putin bislang nur Reservetruppen in den Kampf geschickt hätte, die auf ihren Einsatz nur gewartet hätten. Im Gegenteil, es gab, so jedenfalls schreibt es das ISW in seinem Blog bereits drei Mobilisierungswellen. Davon hat der Westen nur bislang kaum etwas mitbekommen. Und in diesen drei Mobilisierungswellen sind also längst diejenigen eingezogen worden, die halbwegs ausgebildet und oder motiviert waren, um in den Kampf zu ziehen. Die sind also längst im Einsatz und oftmals eben leider auch schon tot. Während die, die jetzt nur noch eingezogen werden sollen, weder motiviert noch gut ausgebildet sind. Das heißt also, das ist im Prinzip, wenn man ehrlich ist, nur nicht gerade die Crème de la Crème. Und wie gesagt, Materialmangel und Strukturen hast du angesprochen. Also Philipp, militärisch, glaube ich, muss man zusammenfassen, dürfte diese Teilmobilisierung nur relativ wenig bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das so anschaue, dann scheint mir das doch eine relativ sinnlose Aktion zu sein, die aus meiner Sicht eher auf Panik in Moskau hindeutet. Wie würdest du das einschätzen? Ja, auf Panik in Moskau. Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit so abschließenden Urteilen über die russische Armee. Die geben natürlich kein gutes Bild ab, aber ich glaube, man darf halt diese Menschenverachtung in der russischen Führung nicht unterschätzen, weil diese Leute einfach Kanonenfutter natürlich sind. Auf der einen Seite militärisch nicht besonders wertvoll. Auf der anderen Seite sind es einfach tausende von Leuten, die potenziell an diese Front gebracht werden und den Ukrainern gegenübergestellt werden und zum Abschuss mehr oder weniger freigegeben werden. Das ist natürlich nicht militärisch wirksam in einem militärstrategischen Sinn, aber dass das so ganz ohne Effekt bleibt, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Tja, es ist letztlich so ein bisschen unklar, die Strategie, so ein bisschen 1941, alles was laufen kann, soll an die Front. Ich würde das vor allem auch politisch, strategisch einordnen. Putin steht vor schweren militärischen Rückschlägen in der Ukraine und er musste einfach Handlungsfähigkeit beweisen, einfach gar nichts zu machen. Das war, denke ich, innenpolitisch nicht mehr kommunizierbar. Ja, Putin kontrolliert die Medien, aber natürlich steht auch er unter Druck, insbesondere zum Beispiel von extremen rechten Hardlinern. Es gibt ja durchaus auch eben Menschen, die ihn eher von rechts oder aus einer noch ultranationalistischeren Perspektive kritisieren. Also auf die kurze Formel gebracht vielleicht, gibt es durchaus Rechtsextremisten in Russland, die noch mehr Krieg wollen und die warten natürlich einfach auf einen Sieg. Und irgendwas musste er ja auch diesen Leuten liefern. Genau und gleichzeitig, das ist sozusagen die andere Seite, der Front, die er jetzt da zu Hause aufmacht, ist natürlich, dass jetzt viel, 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 viel mehr Menschen von diesem Krieg direkt betroffen sind, weil ihre Söhne und Brüder in diesen Krieg eingezogen werden. Also da geht er durchaus auch ein innenpolitisches Risiko ein. Er macht, wenn man so will, eine zweite Front auf. Bisher war nämlich dieser Deal, sagen wir mal, in Russland, Putin errichtet eine Diktatur. Okay, die Leute kaufen das, weil ihnen Putin garantiert Stabilität, Kriegserfolg und Konsum. Das war so ein bisschen der Dreiklang, mit dem er die Leute da ruhig gehalten hat. Das ist ja in China ein bisschen so ein ähnliches Konzept. Und da haben die Leute das dann in Kauf genommen, dass sie quasi keine politische Teilhabe mehr haben und es auch keine Opposition mehr gibt. Und das geht nun nicht mehr so. Diese Sanktionen ruinieren die Wirtschaft, das Land wird immer ärmer. Zugleich trifft halt irgendwie diese Mobilisierung immer mehr Leute, die eben nicht zu ethnischen Minderheiten im Fernen Osten gehören, sondern durchaus auch in Petersburg und Moskau wohnen. Also ich würde mal sagen, er geht ein sehr hohes Risiko ein und Stabilität sieht anders aus. Ja, das kann man so deutlich sagen. Und Wladimir Putin hat allerdings in dieser Woche, Stichwort Stabilität, an der Eskalationsschraube noch weiter gedreht. Und deswegen eine Stabilisierung der Situation in der Ukraine, aber auch auf der internationalen Bühne insgesamt, eher in weitere Ferne rücken lassen. Man muss einfach sagen, es war der nächste Stunt von Wladimir Putin. Er hat nämlich in vier besetzten Regionen der Ukraine Fake-Referenten durchgeführt und diese Regionen inzwischen sogar dem russischen Staatsgebiet, also der russischen Föderation einverleibt. Da muss man sich mal vorstellen, da wurden also vier Fake-Referenten durchgeführt, einfach nur so Show-Veranstaltungen. Ergebnis 90, über 90 Prozent, angeblich teilweise 99 Prozent der Menschen, die da abgestimmt haben sollen, waren wohl für einen Anschluss an Russland. Ach genau, und dann hat er noch schnell zwei neue Staaten anerkannt, denn einfach nur irgendwelche Gebiete beitreten zu lassen, ist ja so ein bisschen schwierig, selbst aus russischer Perspektive. Also diese Mini-Staaten Luhansk und Donetsk hatte er ja schon kurz vor Beginn des Krieges zu eigenen Staaten gemacht. Und jetzt hat er noch zwei weitere anerkannt, nämlich Kherson und Zaporizhia, also diese Gegendrunde das Atomkraftwerk, war jetzt so Mini-Staat. Und die Stadt Kherson mit Umgebung war auch so Mini-Staat. Und diese insgesamt vier Mini-Staaten haben nun eben vertreten durch russische Marionettenchefs Anträge auf Aufnahme in die russische Föderation gestellt. Und in Blitz-Zeremonien wurden, wurde diesen Anträgen jeweils auch zugestimmt. Und da gab es jetzt am Freitag eine ganz bizarre Veranstaltung im Kreml, wo diese vier Mini-Staaten feierlich Teil der russischen Föderation wurden. Also mal ganz ehrlich, Philipp, rechtlich ist das natürlich alles völliger Kokolorus. Also bis auf Russland und ich weiß nicht, Nordkorea, glaube ich. Syrien, glaube ich. Syrien noch vielleicht und so oder Weißrussland, sind sich alle einig, das ist komplett illegal. Das ist völkerrechtlich überhaupt nicht zu halten. Niemand wird diese Regionen anerkennen. Niemand wird diese Annexion anerkennen, so wie das mit der Krim ja letztlich auch nicht passiert ist. Das ist eine reine Propaganda-Veranstaltung. Diese Erweiterung des russischen Staatsgebiets, das ist ausschließlich etwas, was es in Russland, in Putins Welt gibt. Und ich meine, du musst dir auch mal angucken. Also er nennt das jetzt ja Neu-Russland. Ernsthaft? Also diese russische Ukraine, die heißt bei ihm jetzt Neu-Russland, Novaya-Russia. Und dieses neue Russland, was er sozusagen jetzt in sein altes Russland eingegliedert hat, das sind halt diese vier Gebiete. Saporischia, Kherson, Donbass und Luhansk. Und von vier dieser angegliederten und annektierten Regionen ist nur eine komplett in russischer Hand. Alle anderen sind irgendwie größtenteils oder teilweise in ukrainischer Hand hart umkämpft oder so. Also es ist nur eine dieser vier Regionen wirklich in russischer Hand. Und wo läuft diese Grenze? Niemand weiß es. Auch Putin hat es nicht gesagt. Was man also sehen muss ist, das ist eine reine Show-Veranstaltung für die innenpolitische Bühne insbesondere. Er musste irgendeine Form von Erfolg vorweisen. Denn Siege militärischer Art gibt es ja im Ukraine-Konflikt für die russische Seite zurzeit nicht zu feiern. Deswegen hat er schlicht und ergreifend Siege erfunden, indem er diese Regionen erst zu eigenen Staaten gemacht hat. Dann hat er diese Fake-Referent durchgeführt. Dann sind die beigetreten, Anführungsstrichen. Und nun sind sie Teil von Russlands. Aber das hat natürlich dramatische Folgen. Also zunächst mal ganz banal für die Menschen, die dort leben. Denn die russischen Gesetze, damit auch die Anordnung über die Mobilisierung, werden natürlich auch dort jetzt durchgeführt. Mit anderen Worten, müssen also ukrainische Menschen, muss man sich überlegen, ukrainische Männer, die in diesen Gebieten leben, nun damit rechnen, dass sie, weil sie ja offiziell in Russland leben, in der russischen Armee gegen ihre Brüder und Schwestern auf der anderen Seite kämpfen werden. Das muss man sich mal überlegen. Also wirklich eine dramatische Situation. Außerdem, und das macht die Sache vielleicht noch viel gravierender, nun sind diese Gebiete ja eben offiziell Russland aus russischer Seite. Das heißt also, wenn die ukrainische Armee versucht, diese Gebiete zu befreien, dann wäre das zwar aus der Perspektive des Restes der Welt völlig legitim, aber aus Sicht der russischen Seite wäre das ein Angriff auf Russland. Richtig, genau. Und das führt einen natürlich dann wieder zu der Frage, ja, sind denn dann Angriffe Angriffe, die einen Atomkrieg auslösen können oder so. Aber das ist ganz klar das Kalkül dahinter. Aus russischer Perspektive ist das jetzt russisches Staatsgebiet. Und Angriffe auf russisches Staatsgebiet können eben anders vergolten werden, als wenn das eben kein russisches Staatsgebiet wäre. Mit der Krim haben sie das ja auch so gemacht. Und die Frage ist natürlich jetzt, was steckt dahinter? Das ist eindeutig eine Eskalation. Und ehrlich gesagt hatten wir das ja auch in der letzten Lage falsch mal wieder eingeschätzt. Also ich glaube, wir sind da so ein bisschen in diese Falle gelaufen, in die wir auch am 24. Februar gelaufen sind vor dem Einmarsch. Haben wir auch gedacht, ja, ja, der marschiert da auf und da sind 180.000 Truppen und so. Aber der wird doch nicht, der kann doch nicht. Doch, er kann in die Ukraine einmarschieren. Und ähnlich ist das jetzt auch, glaube ich, hier gelaufen. Man denkt so aus unserer Perspektive, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch eine totale Eskalation. Er verrennt sich doch da. Das kann er nicht machen. Doch, er hat es gemacht. Und natürlich hat er sich damit eingemauert. Natürlich hat er sich damit eigentlich, ich weiß nicht, jede Rückzugsoption vermauert. Das weiß ich nicht genau. Natürlich kann man in russischen Medien eine ganze Menge erklären. Ja, warum das jetzt ein Sieg sein soll, dass russische Truppen sich aus Gebieten zurückziehen, die doch jetzt eigentlich zu Russland gehören. Natürlich wird es da vielleicht irgendwie Wege geben, auch sowas zu einem Sieg erklären zu können, wenn dir die Medien alle gehören und du die kontrollierst. Ich kann es mir nur immer schlechter vorstellen, wie das gehen soll. Ja, das sehe ich ganz genauso, Philipp. Das ist auch der Grund, wieso ich das in der vergangenen Woche, da haben wir ja ganz früh aufgenommen am Dienstag, als das gerade anfing, sich zu entwickeln. Weswegen ich das da für so eine Aktion der Provinzfürsten aus Luhansk und Donetsk gehalten habe. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese russischen Marionettenregierungen wollten quasi unter die starken Arme von Mutter Russland flüchten. Ich war, wie gesagt, als das anfing mit diesen Referenten, fest davon überzeugt, dass das eben keine Idee von Putin ist. Das war völlig falsch. Ich glaube aber, dass das tatsächlich Wahnsinn ist, weil das für Putin eigentlich nur Nachteile hat. Philipp, du hast dieses schöne Bild verwendet, dass Putin sich selbst völlig eingemauert hat. Er hat sich im Grunde da nämlich diplomatische Optionen abgeschnitten. Er kann jetzt ja eigentlich die russischen Truppen nicht mehr wirklich zurückziehen aus diesen Gebieten, denn er kann ja nicht offiziell russisches Staatsgebiet preisgeben und das ist natürlich auch aus Putins Sicht nicht klug. Also mehr Optionen zu haben, ist immer eigentlich besser als weniger Optionen zu haben. Insofern macht es einfach überhaupt keinen Sinn, außer als Propagandastunt für die Heimatfront. Und ein nächstes Problem wäre natürlich, wenn er jetzt auch noch Teile seiner Nuklearstreit macht, in das besetzte Gebiet verlagern sollte. Das wäre so im Grunde ein weiterer Akt, der Selbstbindung schreibt. Ich glaube, es war die Süddeutsche Zeitung, denn dann kann er sich nicht mal mehr zurückziehen, ohne die nukleare Abschreckung unglaubwürdig zu machen. Also wenn er jetzt tatsächlich den nächsten Schritt macht, da Atomwaffen zu stationieren in diesen Gebieten, dann käme er auch aus dieser Nummer eigentlich nicht mehr raus. Naja, und das ist aus meiner Sicht auch deswegen so ungeschickt und auch aus Putins Sicht eigentlich nicht besonders vernünftig, weil ja in diesen vier Zonen, Philipp, du hast es angesprochen, militärisch die Lage alles andere als erfreulich aussieht. Die russische Armee wird, wenn überhaupt, eher zurückgedrängt und auch diese Mobilisierung wird mutmaßlich wenig bringen. Und das noch bevor der Westen überhaupt Kampfpanzer geliefert hat. Und wenn der Westen also seine militärischen Engagements in der Ukraine ausbauen sollte, dann dürfte es für die russische Front endgültig eng werden. Wie gesagt, in einer solchen Situation, wo er jeden Tag damit rechnen muss, diese Gebiete militärisch zu verlieren, sie zugleich zu Russland zu machen, also das ist ein ganz erhebliches Risiko, dass er da eingeht. Ja, es ist ein super Risiko. Also ich würde nicht sagen, dass es sinnlos ist für ihn, dass es für ihn keinen Sinn macht. Er geht halt ein enormes Risiko ein. Und er hat das ja in seiner Rede auch gesagt, also wir hätten in seiner Rede ja auch dieses Poker-Vokabular angewendet. Er sagt, es ist kein Bluff, was wir hier machen. Das kommt ja aus diesem Pokerspiel. Er sitzt sozusagen all in. Er sagt, hier, das sind unsere Gebiete, die beherrschen wir noch nicht ganz, aber demnächst werden wir das. Und wenn ihr die angreift, dann werdet ihr sehen, was passiert. Atomwaffen haben wir übrigens auch. Und nach innen geht da auch ein enormes Risiko ein. Muss die Leute einberufen, hat ihre Demonstrationen, Proteste. Die Leute laufen zu Tausenden aus dem Land. Also das Risiko ist da. Aber was wäre denn die Alternative gewesen für ihn? Weißt du, das muss man auch mal sehen. Nicht annektieren, nicht annektieren, weiterkämpfen und dann im Zweifel irgendwann sehen, klappt leider nicht militärisch und sich zurückziehen und irgendwie zu versuchen, eine gesichtswahrene Lösung zu finden. Ich meine, das ist ein Thema, mit dem ich mich so in der letzten Zeit ein bisschen intensiver beschäftigt habe. Wie enden eigentlich Kriege? Da bin ich jetzt noch nicht am Ende mit meiner Recherche. Deswegen würde ich da jetzt noch nicht im Detail drüber sprechen. Aber es gibt durchaus schon wissenschaftliche Forschung, die sich eben genau mit dieser Frage beschäftigt. Was sind eigentlich die Bedingungen, unter denen Kriege enden? Und ich würde mal sagen, was er jetzt gemacht hat, macht eigentlich die Beendigung des Konflikts immer schwieriger. Er setzt sich und sein System unter den maximalen Druck, diese annektierten Gebiete zu halten, obwohl das militärisch von Tag zu Tag schwerer wird. Und ich würde mal sagen, um bei diesem Pokerbild zu bleiben, Putin verhält sich im Grunde wie so ein Pokerspieler im Wilden Westen, der ein paar Karten gezogen hat, der sieht, ich habe null Blatt auf der Hand, das ist gar nichts hier. Und der trotzdem quasi all in geht und seine ganze Farm aufs Spiel setzt. Alles Bluff. Er tut so, als wenn er noch wirkliche Optionen hätte. Er setzt sich selber sein System unter enormem Druck. Aber ich würde sagen, eigentlich ist das ein Signal, dass dieses System Putin am Ende zugeht. Die eigentliche Frage ist, wie lange wird es dauern, bis den Eliten in Moskau der Preis zu hoch wird? Wie lange wird es dauern, bis die keine Lust mehr haben, auf McDonalds und iPhones und Reisen in den Westen zu verzichten? Das ist polemisch gesagt. Schauen wir mal, wann Putin aus dem Fenster fällt. Das passiert ja gerne mal in Russland. Also, dass er gar nichts hat, das stimmt ja auch nicht. Er hat halt eine Atomraketen. Das ist das, womit er dem Westen droht. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Das ist der drohende Hintergrund. Hier, wir rüsten, wir machen, wir gehen all in, das sind unsere Gebiete, wenn ihr die angreift, wenn ihr uns angreift und so weiter und so fort, wenn ihr Waffen liefert, dann drohen wir immer mit den Atomwaffen. Das ist das, was er in der Hand hat. Und das, sagt er auch, ist kein Bluff. Und das ist sein Kalkül, dass der Westen jetzt einknickt und ihm das alles überlässt, dann hat er gewonnen. Genau, das ist das Ding, Philipp. Dafür geht ein hohes Risiko. Aber das finde ich super, dass du das nochmal so schön zuspitzt, denn genau das ist das Ding. Er hat dann gewonnen, wenn der Westen einknickt. Wenn sich der Westen jetzt quasi einschüchtern lässt, wenn der Westen und die Ukraine jetzt sagen, okay, also Atomwaffen, okay, nee, dann, wieso war das alles nicht gemeint und dann quasi wie so ein geprügelter Hund vom Schlachtfeld geht, dann hätte Putin gewonnen. Aber das ist, man muss es deutlich sagen, man muss den Druck jetzt aushalten. Man muss den Druck aushalten und man darf selbst dann nicht einknicken, wenn Putin irgendwie über dem Schwarzen Meer eine Atombombe zündet, so als Drohung. Selbst dann darf man nicht einknicken. Es geht jetzt wirklich letztlich darum, wer beweist in diesem Konflikt mehr Standfestigkeit. Aber eigentlich, und das finde ich ist das Spannende, eigentlich zeigt Putin mit dieser Harakiri-Nummer, mit dieser Kamikaze-Nummer, mit der Annexion, dass seine Optionen langsam aber sicher dem Ende entgegen gehen. Und das finde ich ist das Spannende. Aber Philipp, es gab in dieser Woche, das ist quasi so der dritte Stunt von Wladimir Putin, gab es ja noch eine neue Rede. Und die fand ich persönlich total spannend. Die fand ich auch super interessant. Also er hat ja anlässlich der Mobilisierung, dieser Teilmobilisierung schon eine 15-minütige Rede gehalten. Und dieses Narrativ, was er da angedeutet hat, das hat er jetzt am Freitag bei dieser Rede zur Anerkennung dieser neuen Gebiete im Russischen Reich und so, hat er das nochmal wiederholt. Und da spielt die Ukraine eigentlich fast keine Rolle mehr. Die Nazis, die es da angeblich gibt und die man bekämpfen muss und so, die spielen keine Rolle mehr, den bietet er halt an. Ihr könnt verhandeln und übrigens dann eigentlich auch aufgeben, dann gibt es einen Frieden. Das ist so ein bisschen das Signal, was er da hinsendet. Viel interessanter ist, dass diese Welt, die er da malt, sein Weltverständnis und das ist ein Narrativ, glaube ich, was man durchaus ernst nehmen muss. Und danach ist es eben so, aus seiner Perspektive, und das hat er sehr deutlich geschildert, dass der Westen Russland vernichten will. Und er sagt zum Westen, nach Jahrhunderten der Unterdrückung, Sklavenhandel, Kolonisierung, Entrechtung indigener Völker, sei jetzt Russland sowas wie die letzte Bastion gegen den westlichen Kolonialismus. Und dieser erfolgreiche Widerstand, so sagt er das, dieser erfolgreiche Widerstand Russlands gegen diese Jahrhunderte westlichen Kolonialismus, die würde eben jetzt zu diesem Hass des Westens, wie er das nennt, auf Russland führen. Und er sprach von so einem neokolonialen System, mit dessen Hilfe der parasitäre Westen eine Hegemonialrente einziehe. Und auch auf Deutschland, auf Deutschland hat er auch gesagt, Deutschland sei de facto noch von den USA besetzt, die europäischen Eliten seien nicht nur Lakaien der USA, sondern auch Verräter am eigenen Volk, von Menschenexperimenten, die die USA in der Ukraine durchführen. Und dann sagt er sowas wie, die Unterdrückung der Freiheit hat die Form einer verkehrten Religion angenommen von echtem Satanismus. Also das ist das Bild, was er malt. Der Westen hasst Russland, will ihn jetzt kolonisieren und Russland ist die letzte Bastion quasi einer gerechten, guten Welt, die diesem Machtstreben entgegensteht. Ja und das ist natürlich ein absolutes Zerrbild, ehrlich gesagt, dass er da so entwirft, weil er quasi die russische Position so völlig idealisiert und zugleich aber kein Wort sagt zu den Schattenseiten der russischen Herrschaft. Das findet natürlich alles nicht statt. Weder die Legitimität oder Finanzierung dieser Annexion wird besprochen, es wird auch nicht über die Situation der russischen Wirtschaft gesprochen, juristische Fragen, Volkerrecht, alles vollkommen wurscht, die Mobilmachung in Russland. All das kommt überhaupt nicht vor und ich finde das persönlich wirklich schon sehr, sehr interessant, was für ein Zerrbild er da entwirft. Und das eigentlich Spannende daran ist, finde ich, dass ein Mosaik von Einzelnen betrachtet ja oft ganz legitimer Kritik, auch insbesondere an der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, manche würden sagen am US-Imperialismus ist. Also natürlich kann man zum Beispiel die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki kritisieren. Natürlich kann man zum Beispiel den Bombenkrieg der Alliierten gegen deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg kritisieren. Da darf man natürlich nie aus dem Blick verlieren, wer den Zweiten Weltkrieg angefangen hat. Aber systematische Bombardierung von zivilen Quartieren war damals auch schon Kriegsverbrechen. Reden wir nicht so gerne drüber, aber das ändert nichts daran, dass es natürlich ein Kriegsverbrechen war und so weiter und so weiter. Also vieles, was er quasi kritisiert, sind Versatzstücke einer allgemeinen Kritik an den Vereinigten Staaten, die, glaube ich, in den Ohren mancher Menschen durchaus plausibel klingen. Und das macht das Ganze so gefährlich, dass er sich diese Versatzstücke greift. Teilweise sind es Versatzstücke von billigem Anti-Amerikanismus, aber teilweise sind es eben auch durchaus legitime Kritikpunkte an der amerikanischen Außenpolitik der letzten 70, 80 Jahre. Und das alles dann zusammenrührt zu so einer total irren Verschwörungstheorie. Ja, aber das ist ja genau das Wesen von Verschwörungstheorien, dass sie immer auch ein Körnchen Wahrheit enthalten, mal mehr, mal weniger. Auch belegbare Tatsachen enthalten, mal mehr, mal weniger. Aber das sind die Kristallisationspunkte, an denen sich Leute andocken können, die diese Verschwörungstheorien für Realität halten wollen. Und nichts anderes macht er da auch. Er webt halt so einen Teppich aus Tatsachen zu einem Bild der Verschwörung des Westens gegen Russland. Und deswegen haben wir in dieser Woche quasi so eine durchaus Eskalationsstufe beobachtet. Ja, die Mobilisierung, die Anerkennung, jetzt sozusagen diese ideologische Untermauerung seiner Rolle. Da wandelt sich Russland auch von so einer relativ ideologiefreien Kleptokratie, wo es einfach darum geht, dass die Leute, die da an der Macht sind, möglichst viel Geld abzweigen. Ja, zu einem ideologiegetriebenen Staat. Das ist schon neu. Und man kann das natürlich abwehren. Man kann sagen, das ist alles totaler Wahnsinn. Wer kann das ernst nehmen? Aber ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass das die Handlungsmaximen von Wladimir Putin sind. Er hat einfach jahrelang Aufsätze geschrieben, in denen er der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen hat. Haben wir nicht ernst genommen. Er überfällt die Ukraine, jetzt haben wir den Salat. Jetzt sagt er, ja hier der Westen und so weiter, Hass gegen Russland und Neokolonialismus. Man guckt drauf und denkt, was redest du da? Aber das ist das Pulver, was seine Raketen treibt. Und damit müssen wir irgendwie umgehen. Damit müssen wir auf jeden Fall umgehen. Die Frage ist so ein bisschen, ob das ihn jetzt wirklich schon länger treibt oder ob das nicht möglicherweise auch so eine Art ideologischer Kleber ist, den er jetzt verwendet, um viele, viele einzelne Fragmente einer eher erratischen Auspolitik jetzt doch irgendwie zusammen zu rühren zu einem halbwegs geschlossenen Mosaik. Da bin ich jetzt persönlich noch nicht ganz so sicher. Da muss ich ehrlich sagen, dazu habe ich auch mich zu wenig mit der konkreten Gedankenwelt von Wladimir Putin beschäftigt. Und ich finde es einfach so interessant, dass er in seinen Texten vom letzten Sommer, die wir ja in der Lage auch schon besprochen haben, zwar sich sehr mit der Ukraine auseinandersetzt und mit der NATO und dem Westen, der eben die Ukraine quasi besetzt und damit ja im Kern russisches Gebiet besetze und so oder jedenfalls die Ukraine dominieren wolle, nicht militärisch besetze. Also da klingt, finde ich, dieses ganz große Weltbild ja noch eigentlich nicht so richtig an, dass du jetzt gerade zitiert hast aus seiner aktuellen Rede. Ja, also es ist, du hast schon recht, es ist so ein bisschen so eine Gewichtsverschiebung, aber diese Erzählungen, die er da präsentiert, die sind ja so neu von ihm auch nicht. Was so ein bisschen neu ist, ist diese Art der Verpackung zu dieser homogenen Verschwörungstheorie und der Anlass, das so vor so großem Publikum im Kreml in so einer Rede mal öffentlich zu präsentieren. Das, finde ich, hat schon eine neue Qualität und man kann das ja so ein bisschen auch als Angebot verstehen an bisher zögerliche Schwellenländer vielleicht, wie Indien, die mal hier mal da sind oder auch China, die natürlich Riesenprobleme mit amerikanischem Kolonialismus hatten und haben. Und wenn die jetzt hören, ach Russland sieht das so, dann kann man das vielleicht auch als Angebot verstehen, sich der russischen Sache anzuschließen. Genau, also so verstehe ich das nämlich auch. Also wir hatten im Kalten Krieg im Grunde zwei auf sehr interessante Weise ideologisch opponierende Blöcke. Wir hatten zum einen den kapitalistischen Westen, wir hatten den sozialistischen slash kommunistischen Ostblock. Und jetzt ist der Ostblock, wie man weiß, so im 1990 FF mehr oder weniger zerbröselt und damit schien diese Ideologie auch weitgehend vom Tisch. Und man kann natürlich Putins Rede jetzt so lesen, dass er quasi die kommunistische Ideologie, die früher den Ostblock zusammengehalten hat, jetzt ersetzt durch so einen relativ plumpen Anti-Amerikanismus. So könnte man das deuten und das wäre natürlich extrem gefährlich, wenn es Putin jetzt tatsächlich gelingen sollte, nicht nur im eigenen Land eine Diktatur zu errichten, wo er ja die Ideologie weitgehend über das Staatsfernsehen selber definieren kann, sondern wenn er stattdessen noch so ein Franchise-System aufbauen würde. Also es gab ja, wie man weiß, zu Zeiten der Block-Konfrontation, zu Zeiten des Kalten Krieges auf der Welt viele, viele andere Staaten, die mehr oder weniger dieser kommunistischen Ideologie anheimgefallen waren. Und richtig gefährlich würde ist, wenn jetzt seine Ideologie zum Exportschlager würde und andere Staaten, die eben auch ihre Probleme haben, oft ja auch aus gutem Grunde mit der amerikanischen Außenpolitik, wenn diese Staaten jetzt sagen würden, ja wunderbar, da machen wir doch mit, bei diesem neuen Team USA eindämmen. Das wäre die eigentliche große Gefahr, wenn sich das zum Exportschlager entwickelt, wenn das eine Ideologie wäre, die sich auf der internationalen Bühne als anschlussfähig erwiese. Dann hätten wir wirklich ein Problem, dann hätten wir tatsächlich sowas wie den Kalten Krieg 2.0 oder eine Block-Konfrontation 2.0. Das ist, glaube ich, auch die zentrale Aufgabe, diese Ideologie zu delegitimieren. Und das, glaube ich, wird auch eine zentrale Aufgabe auch deutscher Außenpolitik sein. Also nicht Brücken bauen nach Russland, sondern ganz im Gegenteil entlarven und deutlich machen, was für ein Wahnsinn das alles ist. Der große Schwachpunkt ist natürlich, dass er relativ wenig anzubieten hat. Also von diesem biologischen Oberbau mal, ja genau. Es ist nicht, dass er nichts anzubieten hat. Aber im Prinzip hast du recht, ich könnte mir auch vorstellen, dass das durchaus für einige Staaten ein attraktives Angebot ist, sich unter diesen Schirm zu stellen. Jetzt kommt ja diese Woche noch ein total bizarres Ereignis dazu. Stichwort Rohstoffe. Stichwort Rohstoffe. Was man natürlich in diesen Kontext einsortieren muss, auch wenn da noch nicht völlig klar ist, wer da jetzt eigentlich diese Pipelines zerstört hat. Es geht natürlich um das Blubbern im Meer vor Bornholm. Ihr habt alle diese Bilder gesehen von so riesen Blasen, die da aufsteigen in der Ostsee aus 70, 80 Meter Tiefe. Südöstlich ist es, glaube ich, von der Insel Bornholm. Es gibt zwei Stellen, eine südöstlich und eine irgendwie nördlich. Und es ist einfach so, dass die Leitung der Nord Stream, der Pipeline Nord Stream 1 und der Pipeline Nord Stream 2 jetzt vier Lecks haben. Genau, sie haben vier Lecks. Deswegen haben Dänemark und Schweden auch schon Krisenstäbe einberufen. Warum? Na ganz einfach so blubbernde Stellen im Meer sind einfach zunächst mal einfach eine Gefahr für die Schifffahrt. Interessanterweise ist es nämlich so, dass so blubbernde Stellen dazu führen, dass der Auftrieb von Schiffen zusammenbricht. Das ist auch eine der beliebten Erklärungen, warum das Bermuda-Dreieck so gefährlich ist. Mit anderen Worten, da sollte man besser nicht reinsegeln oder mit seinem Dampfer reinfahren, sonst verliert man seinen Auftrieb und versinkt. Aber das ist natürlich nur quasi so lokal das Problem. Das größere regionale oder auch geostrategische Problem ist natürlich die Frage, woran liegt es denn jetzt, dass diese Leitung mit einmal riesige Lecks haben? Na und ein Erklärungsversuch auf Bornholm registrierten Seisbografen, also quasi Erdbebenmessungen, schwere Erschütterungen in der Nacht zum Montag und dann nochmal am Montagnachmittag. Schwere Erschütterungen, nun das könnten theoretisch Erdbeben sein, aber vom Erschütterungsprofil her sah es doch eher nach schweren Explosionen aus. Und das heißt mit anderen Worten, es spricht alles dafür, dass diese Leitungen tatsächlich gesprengt wurden. Also ich glaube, das ist mittlerweile klar. Ich glaube, niemand so richtig geht mehr davon aus, dass das irgendwie ein Anker war oder ein Erdbeben oder so. Gerade jetzt hier am Freitag haben dänische und schwedische Behörden nochmal im Vorfeld des UNO-Sicherheitsrats der Sitzung gesagt. Also es handelte sich um Sprengladung von mehreren hundert Kilo, die da eben in 70 bis 80 Meter Tiefe explodiert seien. Der Schaden ist durchaus erheblich, also schnell zu reparieren ist da gar nichts. Alle warten jetzt darauf, dass quasi diese Pipelines leer laufen und das ganze Gas entweicht. Und erst dann kann man mit Tauchrobotern oder so runter und sich das mal angucken und auch da mal in die Pipeline reinfahren. Klar ist, der Schaden ist riesig. Das ganze Gas wird entweichen. Das ist ungefähr Klimaschaden so von einem Prozent des jährlichen CO2-Äquivalenzausstoßes von Deutschland. Das sagt das Umweltbundesamt. Also auch klimatechnisch ist das eine echte Katastrophe. Aber die Frage ist natürlich, wer war es? Wer hat diese Dinger in die Luft gesprengt? Ja genau. Also wie gesagt, ein Unfall ist es sicherlich nicht einfach, weil es so viele unterschiedliche Stellen waren, weil das solide Leitungen sind, die platzen nicht einfach so und so. Und auch dieses Sprengen dieser Leitung war nicht so ganz einfach mutmaßlich, weil eben, du hast es gesagt, erhebliche Mengen an Sprengstoff nötig sind. Und die kann man ja nicht einfach irgendwie blind ins Meer werfen, sondern die müssen ja in 70 bis 80 Meter Meerestiefe exakt an diesen verschiedenen Leitungen angebracht werden, um tatsächlich diese Sprengkraft zu entfalten. Mit anderen Worten, das kann aus technischen Gründen eigentlich nur ein staatlicher Akteur gewesen sein. Also jemand, der da einfach mit dem U-Boot oder mit Tauchrobotern runtergefahren ist und diese enormen Mengen an Sprengstoff an der richtigen Stelle angebracht hat. Und da ist jetzt die große Frage, wer war das? Und das ist wieder ein klassisches Attributionsproblem. Also wem kann man diesen Angriff auf die Leitungen zuweisen? Das könnten natürlich die Vereinigten Staaten, das kann sicherlich die CIA. Aber was hätten die davon? Das ist so ein bisschen die Frage. Und gerade wenn man aus der Perspektive mal fragt, wem bringt das jetzt was, dann weist doch vieles auf Russland. Ja, also das ist natürlich klar. In diesem Kontext, ja, Russland könnte den Gaspreis in die Höhe treiben, weil es weniger gibt. Es ist genau eine Leitung nach Stand heute noch heile geblieben, ein Strang von Nord Stream 2, wo man dann sagen könnte, ja, vielleicht ist das sozusagen Zuckerbrot und Peitsche. So nach dem Motto, ja, die anderen drei sind jetzt im Arsch, aber die eine, da könnten wir euch noch Gas drüber liefern. Nord Stream 2. Auf der anderen Seite kann man natürlich wieder sagen, warum sollten die ihre eigenen Pipelines in die Luft sprengen? Ich würde sagen, sie hatten eh keine Absicht mehr, da groß Gas drüber zu liefern. Und ich würde als wichtigstes Argument für diese These doch ranziehen, dass Russland signalisieren will, dieser Krieg da in der Ukraine, der wandert nach Westen. Wir streiten das natürlich alles ab, aber ihr, lieber Westen, ihr müsst damit rechnen, dass eure ganze kritische Infrastruktur, nicht nur Gas, auch Öl, auch Internet, auch Strom in Gefahr ist. Ich glaube, das ist die Botschaft, die da gesendet werden sollte, wenn es denn die Russen waren. Ja, das heißt also quasi eine Botschaft der Verunsicherung, primär mal natürlich eine Botschaft der Verunsicherung an den Gasmärkten. Aber zugleich lässt einen das natürlich dann schon darüber nachdenken, was zum Beispiel die russische Seite denn sonst noch so angreifen kann. Und du hast das Stichwort kritische Infrastrukturen gerade schon genannt. Dazu muss man ja eben normalerweise noch nicht mal irgendwelche Sprengladungen anbringen. Gerade kritische Infrastruktur in Deutschland ist angesichts der beklagenswerten Situation der IT-Systeme in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in vielen Unternehmen natürlich auch mit Cyberangriffen extrem verwundbar. Und das ist, glaube ich, also wenn man sich da mal mit IT-Experten darüber unterhält, dann ist das eine Karte, die Putin bislang kaum gezogen hat. Ich glaube, das kann man so offen sagen. Da auf diesem Gebiet, ja, Stichwort Stromversorgung, Stichwort kritische Infrastrukturen, IT-Systeme, da hat Putin tatsächlich, das muss man so offen sagen, sehr wahrscheinlich noch eine ganze Menge Asse im Ärmel, wenn es darum geht, Verwirrung und Chaos in Deutschland und im Westen allgemein zu stiften. Also das hat der Heise Verlag, CT, haben das ja auch oft untersucht, ja, bei Wasserwerken und so. Die haben da Lücken gefunden, wo du dich einfach in diese Wasserwerke und Elektrizitätswerke einwehren konntest. Also das würde mich sehr wundern, wenn Putin da nicht auch drauf gekommen wäre. Und nur mal noch der Hinweis, jetzt ist eine Pipeline in die Luft geflogen, da lief quasi kein Gas mehr durch. Aber was, wenn die Pipeline aus Norwegen in die Luft geflogen wäre? Das, wo wir quasi ein Großteil unseres Gases jetzt für den Winter herbekommen? Ja, oder wenn Internetkabel durchgezwackt werden mit einem Anker oder so, das geht ja noch viel einfacher. Also ich glaube, das ist einfach ein völlig neues Gefechtsfeld, was vielen in Deutschland gar nicht so bewusst war. Die Schweden haben schon 2007 vor dem Bau dieser Pipeline gesagt, also wenn da eine Pipeline ist, dann sollten wir uns auch mal um Sabotageprävention kümmern. Weil wenn die Russen dann das selber sabotieren, dann haben sie ganz schnell einen Grund, ihre Flotte auch in die Ostsee zu schicken. Das war den Schweden schon sehr früh klar. In Deutschland, glaube ich, wacht man da jetzt erst auf. Aber ich denke, da ist irre viel Potenzial für genau diese Strategie, die Putin verfolgt. Irritation, Spaltung, Angst, Leute gehen auf die Straße, weil was kaputt geht, weil das Wasser nicht mehr kommt, weil das Internet weg ist, weil der Strom weg ist, weil das Gas weg ist, weil Preise steigen und so. Das ist das Mittel, auf das wir uns, glaube ich, einstellen müssen. Ja, es gibt im Grunde bei dem Ganzen nur eine klitzekleine gute Nachricht, nämlich diese Leitungen werden jetzt eben tatsächlich kein Gas mehr liefern. Und es ist also endgültig klar, wir müssen weg vom russischen Gas und wir sollten besser auch vom norwegischen Gas wegkommen. Ja, mit anderen Worten, die Debatte um eine Fake-Aussöhnung mit Russland, damit endlich wieder Gas kommt, endet nun wohl hoffentlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Diskussion um kritische Infrastrukturen einen weiteren Anreiz liefert, so schnell wie irgend möglich von Importen fossiler Energieträger, primär natürlich jetzt momentan Gas, auch wieder wegzukommen. Zu unserem nächsten Thema. Ihr alle habt natürlich die Bilder aus dem Iran gesehen, im Fernsehen, auf Social Media, überall. Man entkommt denen ja nicht. Tausende Menschen, Männer, Frauen sind da auf den Straßen im ganzen Land, in fast 100 Städten, protestieren Menschen jetzt seit fast zwei Wochen gegen dieses mittelalterliche Regime der Mullahs. Und dieses Regime reagiert eigentlich, wie nicht anders zu erwarten, äußerst brutal. Also Amnesty International sagt, bis Freitag, bis gestern sind mindestens 52 Menschen umgekommen bei diesen Protesten, wahrscheinlich ja eher mehr. Tausende Menschen ungezählt sind auf jeden Fall auch festgenommen worden. Und das Ganze dauert, wie gesagt, seit zwei Wochen an. Und Auslöser für diese, ja bis dato wahrscheinlich in ihrer Art und im Ausmaß unbekannten Proteste, war der Tod von Masa Ameni, die ist 22. Und Masa Ameni, Ulf, ist glaube ich der persische Name und der kurdische Name, weil sie ja Kurdin ist, ist Ejina Ameni. Das glaube ich, muss man sagen. Genau, genau. Deswegen würde sie sich selber wahrscheinlich vor allem über den kurdischen Namen gerne angesprochen wissen. Sie reiste also aus ihrer Heimat Kurdistan im Norden in die Hauptstadt Teheran, wollte dort Verwandte besuchen. Und als sie aus der U-Bahn stieg in Teheran, da wurde sie von der Moralpolizei kontrolliert. Ist schon mal interessant, dass es sowas gibt. Und zwar deswegen, weil ihre Haare nicht ausreichend unter dem Hijab, also unter dem Kopftuch versteckt seien. Daraufhin wurde sie in ein Internierungs- und Umerziehungslager gebracht und drei Tage später war sie verstorben. Und dieses Schicksal hat nun eben breite Proteste ausgelöst, die viele so als außergewöhnlich neuartig und massiv wie noch nie beschreiben. Manche hoffen durchaus schon auf so eine Art Regime-Change in Teheran. Und doch gibt es auch Stimmen, die sagen, nein, die Proteste ebben auch wieder ab. Die Mullers bekommen die Lage immer mehr in den Griff. Und um uns das mal ein bisschen genauer beschreiben zu lassen, um das besser zu verstehen, haben wir uns mit Gilda Sahibi verabredet, Philipp. Ja, Gilda Sahibi ist Taz-Journalistin, ausgebildete, studierte Ärztin, aber aktuell nicht praktizierend. Geboren im Iran, als Jugendliche mit den Eltern aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Lebt seitdem hier, hat aber natürlich engen Kontakt zu Freunden, Verwandten im Iran, auch zu Quellen im Iran. Denn sie ist Journalistin und schreibt heute für die Taz-Tageszeitung über die Proteste im Iran. Ganz herzlich willkommen, Gilda Sahibi in der Lage der Nation. Hallo, hi. Wir haben ja ein kleines Vorgespräch gemacht und Ulf hat es schon angedeutet, dieses wirklich bizarre Institut der Moralpolizei. Da liest man immer, dass Frauen im Iran der eigentlich nicht entkommen können und auch in der einen oder anderen Situation früher oder später Kontakt mit dieser Moralpolizei haben. Ging Ihnen das auch so? Haben Sie auch Kontakt gehabt zur Moralpolizei im Iran? Ich bin ja im Iran geboren. Ich war danach zweimal nochmal dort und das letzte Mal, da war ich 14 und ich habe mit 14 damals sogar schon Kontakt mit denen gehabt. Also man kann eigentlich sagen, ich glaube, es gibt kaum eine Frau, die nicht schon in Berührung mit denen gekommen ist. Was war denn genau der Vorfall damals? Bei mir damals, ich hatte sehr lange Haare und habe es ehrlich gesagt auch nicht verstanden als 14-Jährige, die irgendwie aus Süddeutschland kommt, da jedes einzelne Haar unter diesem Stück Stoff zu verstecken. Ich musste es natürlich trotzdem anziehen und ich lief mit meiner Tante durch Maschert und dann kam eben dieser uniformierte, diese Person zu mir und dieser Mann und hat dann mich als Hure beschimpft. Und ich soll meine Haare richtig, also das Kopftuch richtig auftragen. Also ich konnte es nicht so ganz glauben, dass sowas passiert. Ich wusste davon ja auch nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich bin dann ehrlich gesagt total ausgerastet, weil das sich einfach unglaublich übergriffig anfühlt. Also es ist was, was man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, wenn jemand so in den eigenen Bereich, der eigentlich total intim und privat ist, eingreift. Und ich habe dann angefangen, den anzuschreien auf Deutsch, weil ich, also ich habe nie gelernt, auf Farsi zu fluchen. Und meine Tante ist dann total, hat sich bei ihm entschuldigt, hat mich weggezogen, weggezogen, weggezogen und mehr ist dann nicht passiert. Das ist ja ein recht einschneidendes Erlebnis, was Sie uns gerade geschildert haben. Und das ist tatsächlich typisch? Also sowas müssen iranische Frauen regelmäßig erdulden? Ja, es sind ja Frauen und Männer in dieser sogenannten Moralpolizei, Sittenpolizei. Und das kann beim Einkauf auf der Straße, egal wo, der einzige Ort, wo man sicher ist quasi, ist zu Hause, ist das Privatleben. Also da kann man ja machen und tragen, wie man möchte. Und deswegen gibt es im Iran auch eine extrem starke Trennung zwischen privat und öffentlichem Leben. Also das ist ja auch, also auch im Privatleben in den Familien ist ja die Frau in der Regel auch nicht unterdrückt, sondern die, das sind ja ausgebildete Menschen, 60 Prozent der Studierenden im Iran sind weiblich, die arbeiten, die schmeißen den Haushalt, die sind Mütter, sie sind Ehefrauen und so weiter. Aber im öffentlichen Leben, da kann man sich nie sicher sein, was passiert. Und das war ja bei Gina Amin ja auch so, die war ja nur eben zu Besuch in Teheran, war mit ihrem Bruder unterwegs und dann hat sie getroffen. Und diese Umerziehungszentren, die sind jetzt seit ein paar Jahren auch noch da, dass da dann eben noch diese Belehrungen stattfinden, was sozusagen die Sitte in der Islamischen Republik ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja im Iran die Lage der Frauen so, dass sie für einen islamischen Staat relativ präsent sind in der Öffentlichkeit, an Schulen, Professorinnen, in verschiedenen öffentlichen Institutionen auch und kämpfen halt auch schon ja nicht erst seit gestern für ihre Rechte. Schon seit Jahrzehnten sind iranische Frauen in diesem Kampf für ihre Rechte und für Gleichberechtigung im Iran engagiert. Was ist denn der Kontext, warum explodiert das jetzt? Genau, wie Sie sagen, engagiert waren sie immer. Also gerade zum Beispiel als MenschenrechtsaktivistInnen oder AnwältInnen. Jetzt aktuell sind auch zwei Frauen vor ein paar Wochen zum Tode verurteilt worden. Sie sind beide queer und eine von ihnen, weil sie sich für die LGBTIQ-Community im Iran eingesetzt hat. Das passiert immer und das passiert schon genau seit Beginn der Republik, der Islamischen. Was jetzt aber passiert, sieht man in der Masse. Und wir hatten im Iran immer wieder Proteste. Also 2009 erinnern sich wahrscheinlich noch viele, da gab es die sogenannte Grüne Revolution. Da ging es um die gefälschte Präsidentschaftswahl. Und zwar 18, 19, gab es zuletzt größten Proteste. Da ging es vor allem um die Inflation und die Wirtschaft und die teuren Benzinpreise. Und was wir eben jetzt sehen, ist in der Masse wird protestiert, gemeinsam, egal welchen Geschlechts. Alle Geschlechter sind zusammen auf der Straße und protestieren eben gegen diese ganz zentrale Säule des Regimes, ohne die dieses Regime gar nicht existieren kann. Und zwar die Unterdrückung und die systematische Unterdrückung von Frauen und die Ungleichbehandlung der Geschlechter. Das war eines der ersten Dinge, die damals Khomeini, der Revolutionsführer, ausgerufen hat. Eigentlich direkt nach seiner Machtergreifung im 1979. Und am 8. März 1979 direkt gab es schon riesige Proteste von Frauen, die ohne Kopftuch durch die Straßen gezogen sind und gesagt haben, wir wollen das nicht. Aber die Zwangsverschleierung. Und das war eben dann nur der Anfang. Dann kam Stück für Stück, kamen Gesetze, die Frauen systematisch unterdrückt haben. Erstmal wurden alle Richterinnen entfernt. Und es gibt ja, also abgesehen von dem, was sozusagen bekannt ist, sowas wie vor Gericht, braucht man die Zeugenaussagen von zwei Frauen, um die eines Mannes aufzuwiegen, weil die Zeugenaussage einer Frau nur halb so viel wert ist. Oder auch, das sehe ich gerade auch in meiner eigenen Familie, Frauen kriegen vom Erbe der Eltern, des Vaters meistens, nur die Hälfte, wie die Brüder. Dass Frauen im öffentlichen Leben eben so unterdrückt werden, das hat auch die, ich sag, ekelhaftesten Auswüchse. Also es gibt zum Beispiel sowas, also man darf ja vor der Ehe keinen Sex haben. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Aber was Männer dann machen, wenn sie religiös sind besonders, wenn sie vermeintlich religiös sind und eben zur Machthaber-Elite gehören oder sich dem Regime nahe fühlen, was sie dann machen, ist eine Frau für einen Tag in Anführungsstrichen heiraten. Das ist was ganz Offizielles. Dann haben sie Sex mit ihr und dann sind sie immer noch rein. Also das findet sich wirklich auf allen Ebenen. Aber jetzt hat sich dieser Protest ja auch, wie Sie das schon geschildert haben, auf alle Geschlechter ausgeweitet und die Leute schreien ja nicht nur Gleichberechtigung für Frauen, sondern sie schreien ja Tod dem Diktator, Ende des Regimes. Also das ist ja fundamental systemkritischer politischer Protest geworden. Welche Erfolgsaussichten hat das denn? Das ist schwer zu beantworten, weil sich das überhaupt nicht voraussagen lässt. Es gibt aber so ein paar Anzeichen, die zeigen, dass im Regime auf jeden Fall, ich sag mal, dass sie Schwierigkeiten auf jeden Fall haben, mehr als bei den anderen Protesten. Man hat zum Beispiel jetzt gesehen, es gibt seit gestern Berichte, dass sie bei der Basitschmiliz, das ist wie so eine Unterorganisation der Revolutionsgarde, inzwischen auch Kinder und Jugendliche einsetzen. Also man merkt schon, dass es auf jeden Fall eine Ermüdung gibt bei den Sicherheitskräften. Die Proteste laufen jetzt auch schon seit zwei Wochen und die ebben tatsächlich überhaupt nicht ab. Man sieht immer wieder gestern wieder von gestern Nacht Bilder aus Teheran, wie die Frauen ihre Kopftücher in der Luft schwenken und durch die Straßen laufen. Weil die SZ schreibt, dass die Proteste langsam abäbten, schreibt ein anonymer Journalist, Journalistin, deren Namen sie nicht nennen, in der SZ. Also da steht die Proteste, die landesweiten Proteste ebten langsam ab. Also es zeigen die Videos, die wir so bekommen und die Berichte, die ich auch höre, nicht. Es ist halt natürlich noch das Problem, dass das Internet abgestellt wird, mehrere Stunden am Tag, in der Regel so von vier Uhr nachmittags bis Mitternacht. Dadurch kommen oft Videos zeitverzögert und sie kommen weniger. Auch weil die Leute sich nicht mehr trauen, die Handys mitzunehmen. Weil wenn die Handys in die Hände von den Sicherheitskräften und der Polizei fallen, dann ist es natürlich noch viel, viel schlimmer, was den Menschen dann passiert. Es kann sein, dass es irgendwie vereinzelt in Städten nicht mehr passiert. Dafür wieder in anderen. Aber also die Protestwelle ebbt nicht ab, nein. Wie muss man sich denn diese Protestwelle eigentlich vorstellen? Ist das jetzt nur eine rein spontane Bewegung, wo also Menschen in verschiedenen Städten des Landes spontan auf die Straße gehen? Oder gibt es da auch sowas wie eine Struktur dahinter? Gibt es eine Opposition? Gibt es möglicherweise sogar eine Führung oder eine Struktur, die diese Proteste trägt und die damit vielleicht auch konkrete politische Ziele verbindet? Das ist eine sehr gute Frage, weil in dem politischen System des Iran gibt es keine Opposition. Es gibt keine Parteien im Parlament. Es gibt auch keine Reformer oder Moderate. Es gibt eigentlich nur das Regime und Politiker, die bei diesem System mitmachen. Das heißt, dadurch, dass es keine politische Opposition gibt, ist das Ganze natürlich mit Opposition und Widerstand und politischen Forderungen extrem schwierig. Also an wen sollte man politische Forderungen stellen? Denn, dass es vom Regime irgendwelche Konzessionen gibt. Und dann ist das Problem mit den Menschen, die protestieren. Die können sich sehr, sehr schwer organisieren, gerade wegen des Internets, weil es eben schwierig ist, sich abzusprechen. Am Anfang war das noch besser und einfacher. Inzwischen ist es schwierig. Und trotzdem, was man sieht zum ersten Mal, dass es doch einheitliche, ja, dass die Leute mit einheitlichen Slogans zum Beispiel auf die Straßen gehen. Daran sieht man schon, dass sie verbunden sind. Und was man jetzt auch zum ersten Mal gesehen hat, ist, dass es Aufrufe gibt, an die Sicherheitskräfte auf ihre Seite zu kommen. Das hatten wir auch noch nie. Okay, Sie haben das jetzt mit dem Internet angesprochen. Das wird versucht zu regulieren. Zu bestimmten Tageszeitungen sind halt große Massendienste dann zumindest technisch komplett gesperrt. Sie sind ja auch von Deutschland aus in Kontakt mit Quellen, Freunden, Verwandten. Wie kommunizieren Sie mit denen? Immer mit der App eigentlich, die funktioniert. Beziehungsweise es gibt auch Stunden, wo gar nichts geht, weil eben das Internet komplett gedrosselt ist. Und dann ist es so, dass ich immer sofort Nachrichten lösche. Wir versuchen gerade hier viele Proxyserver aufzubauen, die wir den Leuten dann geben können, damit es sicher geht. Und bisher, ich habe zum Beispiel einen Freund, den jetzt gestern geschickt, und der hat das noch gar nicht gesehen, ist noch gar nicht durchgekommen, weil das Internet eben bisher noch nicht da ist. Man ist eben super vorsichtig mit der Kommunikation. Also wenn ich mit Leuten aus meiner Familie kommuniziere, dann schreibe ich gar nichts darüber zum Beispiel. Also da funktioniert gerade weder WhatsApp noch Telegram-Signal. Haben die nicht. Manche haben das, aber es funktioniert nicht. Deswegen braucht man diese Proxyserver. Und auf Instagram kann ich jetzt nicht irgendwelche sensiblen Inhalte austauschen. Also es ist immer wieder, je nachdem, welche Plattform funktioniert, da versucht man dann zu kommunizieren und dann aber auch direkt wieder zu löschen. Sie hatten ja gerade schon angedeutet, dass es eine richtige Opposition in Iran einfach strukturell nicht gibt, weil es eben ein islamisches Regime ist. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, wo könnten denn diese Proteste jetzt hinführen? Also wenn es eigentlich keine Opposition gibt, zeichnet sich denn da jetzt sowas wie eine Führungspersönlichkeit ab? Und gibt es da jetzt wenigstens eine Gruppe von Menschen, die möglicherweise die Unzufriedenheit fokussieren könnte auf konkrete Forderungen? Oder wie geht es da jetzt weiter? Was könnte da eine Perspektive sein für diese breite Protestbewegung? Eine Führungspersönlichkeit zeichnet sich nicht ab. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, weil eine Führungspersönlichkeit könnte ja vom Regime sofort wieder entfernt werden. Also die wäre in diesem Land nicht sicher. Das ist komplett militarisiert eigentlich. Und der Geheimdienst ist extrem gut. Und die Revolutionsgarde ist extrem stark. Sondern es ist eher eine breite, bewegende Massenbewegung. Und da ist Kurdistan übrigens auch sehr, sehr wichtig. Also Kurdistan, da gingen ja die Proteste aus. Das begann auf der Beerdigung von Gino Amini. Und dort war es auch, dass zwischendurch sogar eine ganze Stadt als befreit deklariert wurde in Kurdistan. Da waren die Sicherheitskräfte Iranischen komplett herausgetrieben aus der Stadt. Und das ist halt die Stärke dieses Protests, dass das sehr breit ist, dass alle Gesellschaftsschichten mitmachen, dass alle Geschlechter mitmachen. Und das ist einfach, das ist ein sehr identitätsstiftender Protest. Das ist nicht gegen eine Sache. Das ist nicht gegen irgendwie die Benzinpreise, die zu hoch sind. Oder eine Wahl. Sondern das ist sehr, sehr breit. Und ich fürchte, dass dieser Protest für dieses Mal sozusagen irgendwann niedergeschlagen wird. Das wäre jetzt meine Prognose. Aber ich glaube, dass es der Beginn ist von der Organisation. Und wenn dann das Internet wieder da ist. Wenn die Menschen miteinander wieder kommunizieren können und planen können und strategisch sein können, dann glaube ich, dann ist das eine Flamme, die gerade auf diesen Straßen, die man sieht, diese Menschen, die da tanzen und singen und die Freiheit mal spüren. Das haben die ja nicht. Und diese Frauen, die man vor allem auch sieht ohne Kopftuch. Da saßen jetzt zwei Frauen in einem Café in Teeran und haben gefrühstückt ohne Kopftuch. Das ist unglaublich. Und sie haben es gespürt. Diese beiden sind übrigens jetzt beide im Gefängnis schon. Das ging sehr, sehr schnell. Diese Flamme lässt sich nicht austreten. Und ich glaube, das wird der Beginn einer der ersten wirklich organisierten und strukturellen Widerstandsbewegungen im Iran werden. Jetzt gibt es ja noch ein, zwei, drei Journalisten, Journalistinnen westlicher Medien im Iran, die dann zum Teil anonym berichten. Die Lage der Journalisten, Journalistinnen vor Ort ist extrem gefährlich und extrem schwierig. Also Reporter ohne Grenzen, so eine NGO, die sich für Pressefreiheit und Journalisten, Journalistinnen weltweit einsetzt, schätzt oder sagt, dass mindestens 23 Journalisten und Journalistinnen im Iran festgenommen wurden. Sie selber haben mir gestern erzählt, dass Sie auch einen Freund dort haben, einen Bekannten, der ebenfalls Journalist ist. Der sagt, er hätte einen Anruf vom Geheimdienst bekommen und Sie hätten dann nichts mehr von ihm gehört. Was wissen Sie über sein Schicksal? Ich habe inzwischen von ihm gehört. Er ist in einem Versteck und er hat erzählt, dass seine Wohnung von der Geheimpolizei gestürmt wurde und seine Hardware, sein Computer, alles mitgenommen wurde. Wir versuchen weiter in Kontakt zu sein. Ich ertreiche ihn echt nur sehr sporadisch, weil er hat auch ein Handy mit SIM-Karte und wechselt die teilweise auch. Deswegen ist die Kommunikation schwierig. Aber das Letzte war jetzt gestern, dass ich von ihm gehört habe. Und was sie auch machen, das hat er auch erzählt, dass sie seine Familie auch bedroht haben. Ich weiß nicht, ich bin da echt, ehrlich gesagt, es ist eine konstante Angst gerade, die ich um ihn einfach habe, weil ich nicht weiß, wie es passieren kann, dass er frei bleibt und dass er sicher bleibt. Schauen wir doch nochmal auf die Reaktionen in der Bundesrepublik. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat ja ausdrücklich feministische Außenpolitik zu einem Schwerpunkt ihrer Amtszeit erklärt. Was müsste denn jetzt eigentlich eine feministische Außenpolitik konkret tun, um den freiheitsliebenden Menschen im Iran zu helfen? Sie müsste auf jeden Fall erstmal sehr, sehr klar sein. Also ganz klar verurteilen, was da passiert. Das Regime offen, klar und konkret kritisieren und an den Pranger stellen. Und das ist bisher immer noch nicht passiert. Also es sind jetzt zwei Wochen her. Es ist sehr offensichtlich, dass die Bundesregierung auf der Ebene Bundeskanzler und Außenministerin sich extrem zurückhalten. Das hat man auch ganz gut gesehen bei der Bundestagsdebatte vorgestern. Donnerstag, aktuelle Stunde war es zum Thema Iran. Genau, aktuelle Stunde zum Iran. Und da haben aus allen Fraktionen Abgeordnete gesprochen. Und die Rede, die wirklich am schwächsten war und wo es am unkonkretesten war, war die von Annalena Baerbock. Also die anderen Abgeordneten haben ganz klar eben Forderungen gestellt, verurteilt. Annalena Baerbock hat zwar von Sanktionen gesprochen. Die werden jetzt auf EU-Ebene auch diskutiert. In den USA wurde die sogenannte Moralpolizei jetzt schon vor mehr als einer Woche sanktioniert. Das ging viel, viel schneller. Und die waren auch mit der Verurteilung klarer und schneller. Die haben sich inzwischen auch mit AktivistInnen in den USA getroffen. Das ist alles hier nicht passiert. Das hat eben ganz viel auch mit der Geschichte Deutschlands und Iran zu tun, weil das traditionell so ist. Das ist seit den 90er Jahren schon so, dass Deutschland der wirtschaftlich stärkste Handelspartner in Europa ist mit dem Iran. Und das Regime sehr, sehr sachte immer behandelt hat. Und es geht um den Atomdeal. Also der Atomdeal bedeutet, das war ja der Vertrag, den die USA unter Trump gekündigt haben, wo es im Prinzip darum ging, Sanktionen gegen den Iran zu lockern. Das war der Deal. Im Gegenzug sollte der Iran sein Atomwaffenprogramm zurückfahren und einstellen. Das wurde aufgekündigt. Und nun gibt es seit Monaten intensive Versuche, diesen Deal wieder aufzubauen. Und Sie meinen, das will Deutschland nicht gefährden durch zu große Kritik, durch zu starke Kritik? Genau, das ist der Grund. Das ist meine Vermutung. Das ist die Vermutung von vielen BeobachterInnen. Das Problem ist halt, dass dabei die Menschenrechte unter den Tisch fallen. Und das sieht man gerade eben ganz deutlich. Und vor allem die feministische Außenpolitik, die hat irgendwie in der Hinsicht gar keine Bedeutung. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Gilda Sahibi, ausgebildete Ärztin, inzwischen aber Journalistin in Deutschland mit iranischen Wurzeln. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Genau, und ihr habt es ja schon gehört, in dem Gespräch wurde das Stichwort Proxys genannt. Es geht also insbesondere darum, dass man für die Messaging-App Signal sogenannte Proxyserver bereitstellen kann. Wenn euch das jetzt nicht sagt, seid ihr auch nicht so direkt angesprochen. Aber wir wissen ja viele Nerds unter unseren Hörerinnen und Hörern. Und wenn ihr also wisst, wie man so einen Proxyserver ins Netz stellt, auf Signal.org gibt es dazu auch Anleitungen, dann könnt ihr ganz konkret etwas tun für die Oppositionsbewegung im Iran und einen solchen Server ins Netz stellen. Auf den Seiten von der Taz gibt es dazu auch noch eine ganze Reihe von Hinweisen. Ich denke, das wäre so ein praktischer Beitrag, den Menschen mit gewissen IT-Admin-Kenntnissen konkret leisten könnten. Es gibt auch mal gute Nachrichten. Bis zum 31.10. ist nämlich noch Zeit, die Steuererklärung zu machen und dabei im Schnitt 1072 Euro zurückzubekommen. Mit Taxfix macht ihr eure Steuer nämlich schnell, sicher und einfach. Einfach die Lohnsteuerbescheinigung in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Ein paar einfache Fragen beantworten, die euch im Interviewmodus gestellt werden. Und anschließend werden eure Eingaben noch auf Plausibilität geprüft. Und dann wird eure Steuererklärung verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Und mit der Sofortauszahlung ist die Hälfte der errechneten Steuererstattung direkt auf eurem Konto. Die App und die Berechnung eurer Steuererstattung sind unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Neukunden sparen jetzt sogar mit dem Code Lage22 15% auf diese 39,99 Euro. Gültig ist das Ganze bis zum 31.10.2022. Den Code einfach beim Bezahlvorgang in der App oder auf taxfix.de einlösen. Und Taxfix regelt dann den Rest. Alles ganz unkompliziert. Und nicht vergessen, die Steuerfrist endet am 31. Oktober. Es gibt, man könnte sagen, gute Nachrichten. Auf eine Art, finde ich, ist es schon eine gute Nachricht. Es bewegt sich in Deutschland ein bisschen was. Denn die Ampel will 200 Milliarden Euro Steuergeld ausgeben, um einen guten Teil eurer Gasrechnung und Stromrechnung zu bezahlen. Das ist jetzt in dieser Woche klar geworden. Das ist ja die Riesendebatte, wie sollen wir mit diesen steigenden Gas- und Strompreisen umgehen. Da haben wir hier auch viel, viel drüber gesprochen. Wie genau das jetzt passieren soll, das lassen wir nochmal offen. Beziehungsweise lässt die Ampel offen. Das soll dann bis Mitte Oktober geklärt sein. Das nehmen wir dann auch en Detail mal auseinander. Klar ist, bis 2024 sollen 200 Milliarden Euro bereitgestellt werden, um eine ganze Menge zu machen. Aber eben vor allen Dingen auch, um die Preise für Verbraucher und Verbraucherinnen zu deckeln, zu drücken, zu senken oder den Anstieg, so muss man es glaube ich genau formulieren, den Anstieg der Preise etwas zu dämpfen für Strom und Gas. 200 Milliarden Euro, das ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt weit mehr, als andere Staaten in der EU das ausgegeben haben. Gibt es ein Bild in den Shownotes, hat die Financial Times ausgerechnet. Also da ist Deutschland reich und gönnt sich da was. Klar ist heute nur, wie gesagt Details sind noch unklar, klar ist, diese verstaatlichten Gasimporteure wie Unipa sollen auf dem Weltmarkt für Marktpreise Gas einkaufen. Hilft ja nichts Philipp, das können sie sich ja nicht aussuchen. Sie kriegen das Gas ja einfach nur zu Marktpreisen. Genau, es gibt da schon noch andere Forderungen, den Staaten zu sagen, wir kaufen nicht mehr. Aber das ist so wie du sagst, Norwegen wird da nicht groß mit dem Preis runtergehen und die Russen auch nicht, sondern sie müssen auf dem Markt das einkaufen. Und sie werden es dann, so sieht der Plan das vor, Gas teilweise billiger an Endkunden weitergeben. Und die Differenz, die zahlen wir jetzt eben oder werden wir zahlen aus Steuergeld an Russland, an Katar, an Norwegen. Aber dafür muss es eben nicht mehr eine Umlage geben, die nur die Gaskunden und Kundinnen bezahlen, sondern wir zahlen das jetzt alle zusammen. Und genau, das ist nämlich die nächste Nachricht der Woche. Nicht nur die Bereitschung dieser 200 Milliarden, sondern auch das Ende der Gasumlage. Das ist ja immerhin, da sollte ja über Monate hinweg das Tool sein, das insbesondere der Wirtschaftsminister Robert Habeck einsetzen wollte, um Gasunternehmen zu stützen. Das ist jetzt relativ sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden. Spannend ist natürlich auch, wo kommt denn das ganze Geld jetzt eigentlich her? Diese 200 Milliarden. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat erfolgreich verhindert, dass dafür neue Schulden aufgenommen werden dürfen, die auch so heißen dürfen. Also es werden offiziell keine neuen Schulden aufgenommen. Es wird offiziell weiterhin die Schuldenbremse eingehalten. Stattdessen soll das Geld kommen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist also im Grunde ein weiterer Schattenhaushalt, genau wie das sogenannte Sondervermögen für die deutsche Bundeswehr. Nur, dass dieses schon vor einer ganzen Weile eingerichtet worden ist, nämlich zur Bekämpfung der Corona-Folgen. Das ist also dieser große Topf, dem unter anderem damals auch die Lufthansa gerettet worden ist. Klammer auf, das Geld hat der Bund inzwischen doppelt und dreifach wieder eingenommen, Klammer zu. Also das Geld für die Lufthansa war eine gute Investition. Aber gut, jedenfalls diesen Topf gibt es eben noch. Und dieser Topf soll jetzt massiv aufgebläht werden, soll also noch in diesem Jahr eine weitere Kreditermächtigung bekommen. Und damit will Christian Nittner dann im nächsten Jahr die Schuldenbremse weiterhin einhalten. Wie gesagt, die Schulden werden eben nicht in den Haushalt gesteckt, wo dann die Schuldenbremse bei weitem gerissen würde, sondern die Schulden werden in diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds quasi versteckt. Und auf diese Art und Weise kann man ganz viel Schulden aufnehmen, die nicht so aussehen. Genau. Kreditermächtigung heißt, da wird in diesem Jahr gesagt, ihr dürft Schulden machen bis 2024, je nach Bedarf. Aber die Schulden, diese Kreditermächtigung fällt halt nur in diesem Jahr an. Und deswegen kann hausatirisch gesagt werden, im nächsten Jahr gilt dann wieder die Schuldenbremse. Auch die EU hat im Kern das beschlossen, was wir hier letztens in der Lage skizziert haben. Sie haben nämlich beschlossen, wie sie viele, 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 viele Milliarden eintreiben wollen in den Nationalstaaten, um die Verbraucher und Verbraucherinnen zu, und auch ganz wichtig, die Firmen zu entlasten. Im Kern läuft es so, wie wir das gesagt haben, Erlöse von Kraftwerken müssen abgeschöpft werden. Da gibt es ein bisschen Flexibilisierung, aber im Kern ist das so. Und auch die Gewinne, die Übergewinne von Fossilkonzernen werden teilweise abgeschöpft. Da werden also viele, viele, viele Milliarden reinkommen, um Wirtschaft, um Handwerker, Handwerkerinnen, Betriebe, um Leute, Familien zu stützen bei diesen hohen Gas- und Strompreisen. So, da gibt es natürlich auch immer die Kritik, ja, dieses viele Geld, das kann natürlich einfach auch den Verbrauch anheizen, ja, weil es eben die Preise steigen lässt. Also sprich, wenn die Subventionen zu stark sind und das Gas für die Leute zu billig wird, dann verbrauchen sie einfach mehr Gas, wollen mehr Gas, was dann wiederum die Preise anheizt, was man natürlich nicht will. Stattdessen will man natürlich, dass die Leute zum Sparen trotzdem eingehalten werden. Ja, das hängt natürlich total von der Umsetzung ab. Aber Robert Habeck hat ja schon sehr deutlich gesagt, man wird nicht quasi die kompletten Gaspreise absenken können auf das Vorkriegsniveau. Das wird sich auf gar keinen Fall machen lassen. Und es war auch wieder die Rede davon, dass überhaupt nur so ein Mindestbedarf überhaupt gedeckelt werden soll. Also wie gesagt, aber da sollten wir uns jetzt, glaube ich, nicht in Spekulationen verlieren, denn das weiß man eben einfach noch nicht. Aber es deutet vieles darauf hin, dass also die Bundesregierung schon durchaus das Ziel verfolgt, die Gaspreise etwas steigen zu lassen und damit weiterhin Anreize zu setzen für einen Umbau hin zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Gesellschaft. Aber Philipp, wir wollten dieses Thema Preise und Märkte uns einfach noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und dazu hatten wir uns schon vor zwei Wochen mal mit einem Fachmann verabredet, der sich mit Energiepolitik, mit Energiemärkten und da wiederum ganz besonders mit dem Strommarkt auskennt. Und deswegen haben wir uns getroffen, wie gesagt, schon am 14.09., weil ich in dieser Woche gerade nicht in Berlin bin, mit Leon Hirtz. Und Leon Hirtz ist Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin. Das ist so eine private Hochschule in Berlin. Und forscht vor allem zur Ökonomie der Wind- und Solarenergie und dort wiederum zu energiepolitischen Instrumenten und zur Gestaltung des Strommarktes. Und außerdem ist er noch Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Neon. Und weil, wie Ulf ja schon gesagt hat, wir das vor zwei Wochen aufnehmen musste, muss man jetzt zu dem Gespräch sagen, von dieser aktuellen Entwicklung, also 200 Milliarden aus Steuergeldern und Gaspreisbremse und so, da wussten wir damals noch nichts. Das Gespräch finden wir aber trotzdem extrem wertvoll, weil es natürlich bei dieser ganzen Frage auch, was hat die EU beschlossen und was hat die Ampel beschlossen, um die Umsetzung geht. Wie genau und konkret wird das umgesetzt? Und das wird sowohl bei den EU-Beschlüssen als auch bei den Ampelbeschlüssen erst so Mitte Oktober klar werden. Und deswegen finden wir das extrem wertvoll, was Leon Hirt dazu beizutragen hat. A, was sind da die Optionen? Wie sind die genau zu bewerten? Und vor allen Dingen auch, wie könnte eigentlich so ein Energiemarkt der Zukunft aussehen? Denn diese Krise wird ja irgendwann mal vorbeigehen und dann wollen wir irgendwann in 20, 45 oder 50 Jahren ein klimaneutrales Energiesystem haben. Und da fragt man sich natürlich, wie soll das gehen? Daher also das Gespräch, das lange Gespräch mit Leon Hirt und ein ganz herzliches Willkommen, Leon Hirt in der Lage der Nation. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielleicht zum Anfang, ich habe es gesagt, diese Preise wissen alle, Strom, Gas sind an aller Munde. Die Politik beschäftigt sich fast mit nichts anderem, mehr hat man den Einfluss. Sie beschäftigen sich jetzt aber schon seit einem knappen Jahrzehnt eigentlich mit diesen Märkten, mit diesen Energiemärkten. Wie wird Strom gehandelt? Wie entstehen die Preise? Was fasziniert Sie so daran? Ich glaube, es sind zwei Sachen, die mich da hingebracht haben und die mich auch bis heute faszinieren. Auf der einen Seite ist es irgendwie Strom, die Energiequelle, die wir im Wesentlichen brauchen für ein klimaneutrales Energiesystem und eine klimaneutrale Wirtschaft. Das heißt, anders als im 20. Jahrhundert wird es im 21. Jahrhundert hoffentlich vor allem strombetrieben sein. Und da brauchen wir sozusagen das Handwerkszeug, die Maßnahmen, die Märkte, um das möglich zu machen. Aber es gibt schon noch, wenn ich ehrlich bin, auch einen anderen Aspekt. Es ist einfach wahnsinnig spannend. Es ist intellektuell total herausfordernd. Strom ist irgendwie, wie ich immer sage, ein ganz lustiges ökonomisches Gut. Weil auf der einen Seite ist es sozusagen ganz gleichförmig. Eine Kilowattstunde ist eine Kilowattstunde. Und auf der anderen Seite kann man Strom nicht speichern. Und deswegen sind Strommärkte gewissermaßen irgendwie ganz besondere Märkte. Und vieles, was auf anderen Gütermärkten ein bisschen verschwimmt, kommt da in großer Klarheit zu Trage. Also es ist quasi auch einfach ein ganz spannendes Thema, losgelöst von der Bedeutung. Aber Strom kann man speichern? Man kann Strom im kleinen Maße speichern, aber nicht in einem großen, relevanten, ökonomischen Maße. Das sieht man zum Beispiel daran, dass an der Börse der Strompreis die ganze Zeit schwankt, jeden Tag, um ein Vielfaches. Und wenn man Strom so speichern könnte, wie man Erdöl speichern kann in großen Tanks, dann wäre das nicht der Fall. Nun ist es ja so, dass so ein Markt auch nicht einfach vom Himmel fällt, wenn man genauer hinschaut. Also man denkt immer, so ein Markt ist halt ein Markt, Angebot, Nachfrage und so. Aber das stimmt ja nicht so ganz. Und eigentlich wird ein Markt ja politisch gestaltet. Und wie man so einen Markt gestaltet, das sendet ganz starke Signale auch an die Marktteilnehmer. Und selbst keine Regulierung vorzunehmen, wäre ja eine politische Entscheidung. Eben den Markt frei nach den Marktkräften schalten und walten zu lassen. Schauen wir doch zunächst mal auf den Strommarkt. Wie ist dieser Markt aktuell gestaltet? Das ist eine große Frage. Vielleicht fangen wir damit an, dass der Strommarkt in Wirklichkeit eine ganze Reihe von Marktsegmenten gibt. Also man kann das sortieren sozusagen nach der Kurzfristigkeit. Ganz kurzfristig gibt es sogenannte Regelenergiemärkte und den Intraday-Markt. Das sind also die Märkte, wo Strom gehandelt wird, der in wenigen Sekunden oder in wenigen Minuten oder ein paar Stunden geliefert wird. Ist das dieser sogenannte Spotmarkt, von dem man öfter mal hört? Der Spotmarkt ist der Markt, der danach kommt. Den bezeichnen wir oft als die Day-Ahead-Auktion, weil das eine Auktion ist. Die findet dann mittags statt, um 12 Uhr mittags, immer für den Folgetag. Das heißt, wenn ich jetzt Strom verkaufe oder kaufe für die Lieferung morgen, zum Beispiel in der Stunde von 14 bis 15 Uhr, dann ist der wichtigste Markt dafür die Auktion, die heute um 12 Uhr mittags stattfindet. Auf der Strombörse, die viele kennen, die heißt EPEX-Spot. Das ist die in Leipzig, ne? Das Unternehmen ist in Leipzig, wie fast alle anderen Börsen. Es ist natürlich seit langer Zeit elektronisch. Also da gibt es keinen Parkethandel, wo Leute mit Papier rumwedeln. Genau, also das sind die kurzfristigen Märkte. Wie geht es weiter? Genau, dann gibt es danach noch das große Marktsegment der sogenannten Terminmärkte. Das sind also Märkte, wo Strom gehandelt wird mit Lieferfristen von in ein paar Tagen bis hin in ein paar Jahren. Dort werden Verträge gehandelt, die nennt man Futures und Forwards und der Überbegriff ist Terminmarkt. Und das heißt, wenn ich also als Stromunternehmen, vor allem vielleicht auch als Unternehmen, was sehr, sehr viel Strom braucht, also so ein energieinertives Unternehmen, wenn ich irgendwie so ein bisschen kalkulieren können will, dann versuche ich den Strom fürs nächste Jahr meinetwegen ein Jahr vorher einzukaufen, um zu wissen, dafür zahle ich 60 Euro. Das ist vielleicht ein bisschen mehr. Wenn es runtergeht dann in einem Jahr, zahle ich ein bisschen mehr, als ich am Markt zahlen würde. Aber ich habe eine Sicherheit dafür, dass ich einfach nur 60 Euro zahle und nicht wie jetzt über 400 Euro oder sowas. Ganz genau. Das nennt man Beschaffungsstrategie. Also alle großen Unternehmen machen das. Die machen das ja auch nicht nur mit Strom, sondern wenn die, keine Ahnung, Stahlunternehmen sind, kaufen sie auch Erz oder wenn sie Kohle brauchen, kaufen sie auch Kohle. Oft machen das Unternehmen so ein, zwei, selten auch mal drei Jahre voraus. Und da geht es genau um Planbarkeit. Also da geht es um die Sicherheit. Ich weiß jetzt schon, was ich zahlen muss. Ich werde nicht böse überrascht. Und jetzt in der Krise sieht man, was sowas wert sein kann. Nun sagten Sie ja gerade, dass dieser Markt intellektuell ganz besonders spannend ist. Was unterscheidet denn den Strommarkt so signifikant von anderen Märkten? Also tatsächlich die große Eigenschaft, die Strom anders macht von anderen Gütern, wir nennen das oft Commodities, also so gleichförmigen Gütern wie Erdöl oder Erdgas oder Bananen oder Weizen, ist, dass man Strom ganz schlecht nur speichern kann, nur in kleinem Maße. Das heißt, der Erdölpreis schwankt kaum innerhalb eines Tages, außer es passiert irgendwas ganz Großes, Unvorhergesehenes. Aber der Strompreis schwankt an der Börse, der Spotpreis, der schwankt jeden Tag ganz massiv. Also oft um das Vielfache. Es gibt also ganz normal, letzter Sonntag ist ein gutes Beispiel, da war der Strompreis nachmittags bei 13 Euro pro Megawattstunde. Das ist die Einheit, in der gehandelt wird. Und ein paar Stunden später war er bei 800 Euro pro Megawattstunde. Und das hat natürlich immense Konsequenzen, zum Beispiel, dass man, ich sage jetzt mal, ein bisschen gelackmeiert ist, wenn man genau zu der 13 Euro Stunde verkauft hat, anstatt zu der 800 Euro Stunde. Oder andersrum, dass man als Konsument sehr viel besser dasteht, wenn man es schafft, genau in der günstigen Stunde Strom zu verbrauchen. Und diese ganzen Fragen sind spannend und die gibt es woanders nicht in dem Maße. Und das heißt ja auch, wenn ich, oder nur in sehr kleinem Maße gespeichert werden kann, das Netz muss ja immer quasi in so einer Balance sein. Also es muss ja immer wirklich genau so viel Strom geliefert werden, wie verbraucht wird. Oder andersrum, es muss immer genauso viel verbraucht werden, wie gerade eingespeist wird. Wie funktioniert das? Ganz genau so ist es. In einem Netz, in einem Stromnetz ist es so, dass wenn in einem Moment, also in einer Sekunde mehr Strom verbraucht wird, als produziert wird in der Sekunde, dann geht die Netzfrequenz nach unten und andersrum wird sie nach oben gehen. Und die Netzfrequenz muss aber bei 50 Hertz bleiben, sonst gehen Geräte kaputt und Maschinen kaputt und Computer kaputt. Das heißt, es gibt am Strommarkt und im Stromnetz ganz viele Mechanismen, die dafür sorgen, dass nicht nur in jeder Stunde und jeder Minute, sondern sogar jeder Sekunde in ganz Europa ein exaktes Gleichgewicht von Einspeisung und Ausspeisung besteht. Dafür dient erstmal der Strommarkt selbst, also dass quasi in jeder Stunde gehandelt wird und dass in jeder Stunde sich ein Marktgleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage einstellt. Aber dazu gibt es noch weitere Mechanismen. Und der wichtigste dazu heißt Regelenergie. Was ist das? Regelenergie ist ein Mechanismus, bei dem die Netzbetreiber, also die Übertragungsnetzbetreiber, zum Beispiel für hier die Region in Berlin, heißt der 50 Hertz, es gibt noch drei andere in Deutschland, die beschaffen jeden Tag Kraftwerkskapazitäten. Das heißt, die machen eine Auktion und sagen, welche Kraftwerke stellen sich für uns zur Verfügung und die, die sich melden, kriegen dafür Geld und die stehen dann bereit, um sehr kurzfristig, also auf einer Zeitskala von Sekunden bis Minuten, ihre Produktion hoch- oder runterfahren zu können und damit auf sozusagen unvorhergesehene Wetterphänomene oder Nachfrageänderungen reagieren zu können. Also um das vielleicht mal so ein bisschen bildhaft zu formulieren für die Menschen draußen an den Empfangsgeräten, damit das nicht so abstrakt bleibt. Man kann sich vielleicht diesen Strommarkt vorstellen wie eine große, gigantische Badewanne. Ja, und die Idee ist, dass in dieser Badewanne der Wasserspiegel immer exakt gleich bleibt. Also es muss genau gleich viel Wasser reinlaufen wie rauslaufen, damit quasi ein Gleichgewicht herrscht in der großen Badewanne. Und diese Regelenergiekraftwerke, das sind dann, ich sage es mal, so quasi so winzig kleine Kännchen, mit denen man hier und da so einen kleinen Schluck Wasser reingießt, um so den letzten Millimeter noch auszugleichen. Aber wie bildet sich denn jetzt bei diesem gegenwärtigen System der Preis für den Strom? Also der Preis an dem Spotmarkt, an dem kurzfristigen Markt für Strom, für die Lieferungen morgen oder heute, der bildet sich so, dass Kraftwerke Strom verkaufen, dafür einen bestimmten Preis bieten und die Leute, die Strom brauchen, also die Versorger und Industriebetriebe, die Strom verbrauchen, bieten auch an der Börse. Und der Preis, der sich dann einstellt, ist der Preis von dem teuersten Kraftwerk, was noch benötigt wird, um die Nachfrage zu bedienen. Und das sind diese Regelkraftwerke typischerweise? Die Regelkraftwerke ist ein getrennter Markt davon. Also ich spreche jetzt von dem Börsenmarkt, von der Strombörse. Der Regelenergiemarkt ist davon ein getrennter Markt. Der funktioniert doch komplizierter. Da kriegt man zum Beispiel Geld einfach nur für die Vorhaltung, also das Bereithalten von Kraftwerken. Aber das mal jetzt kurz zur Seite gelassen. Auf dem eigentlichen, dem großen Strommarkt, dem Spotmarkt, der Day-Head-Auktion, da bildet sich der Preis anhand des teuersten Gebots, was noch nötig ist, um die Nachfrage zu dienen. Okay, also die Nachfrage ist sozusagen das Entscheidende. Es gibt eine Nachfrage und dann wird geguckt, wie können wir die bedienen. Aha, erstmal erneuerbare Kohle, Atom. Und wenn dann immer noch gebraucht wird, ja, dann müssen wir halt Gas anmachen. Und dann bekommen alle, die jetzt Strom verkaufen, diesen Gaspreis. Ganz genau. Also im Grunde kann man sich das so vorstellen, es wird geschaut, was ist das teuerste Kraftwerk, was noch notwendig ist. Und diesem Kraftwerk wird dann das Gebot bezahlt, also die Kosten bezahlt. Und alle anderen Gebote kriegen genau den gleichen Preis und alle zahlen genau den gleichen Preis. Das ist ja dieses berühmt-berüchtigte Merit-Order-System, dass eben quasi der teuerste Strom den Preis definiert für den gesamten Strommarkt in diesem Moment. Warum ist das eigentlich so? Also man könnte sich ja andererseits auch überlegen, na, warum sollen denn eigentlich die zum Beispiel Anbieter von Kernenergie, die ja im Prinzip sehr, sehr billig ist, ja, jedenfalls vordergründig, weil die Kraftwerke, keine Ahnung, seit 20 Jahren abgeschrieben sind, warum sollen die eigentlich genauso viel Geld kriegen wie die Erzeuger von elektrischer Energie aus Gas? Ich glaube, es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass dieses Prinzip, was wir gerade diskutiert haben und was oft als Merit-Order-Modell oder Merit-Order-Prinzip bezeichnet wird, dass es nicht irgendwie gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern es ist eher eine Beschreibung. Es ist eine Beschreibung, wie freie Märkte funktionieren. Und der Strommarkt, obwohl er sozusagen in bestimmten Aspekten definiert und reguliert ist, ist im Kern in Europa schon freier Markt. Und diese Preisbildung beschreibt einfach, was Unternehmen tun, wenn sie frei, gewinnorientiert, aber im Wettbewerb stehend Entscheidungen treffen müssen, ob und wie sie produzieren und zu welchem Preis sie verkaufen. Und man kann sich vielleicht das ein bisschen vorstellen, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten in Berlin in den 1990er Jahren günstig eine Eigentumswohnung gekauft für 50.000 Euro und jetzt ist es in Prenzlauer Berg und die kostet jetzt eine Million. Würden Sie die Wohnung für 50.000 verkaufen, nur weil sie damals günstig bekommen hat? Oder würden Sie sie für eine Million nehmen, weil das jetzt eben der aktuelle Marktpreis ist? Also Sie halten, weil dieses Merit-Order-Prinzip, die Union hat es kritisiert, also viele kritisieren das so nach dem Motto, von außen drauf geguckt, ja, wir brauchen ein bisschen Gas, um die letzte Stromnachfrage zu befriedigen. Und da fliegen uns die kompletten Strompreise um die Ohren. Das kann doch nicht sein, wenn Ökostrom, Windstrom, PV-Strom oder auch meinetwegen Kohlekraftwerkstrom ein bisschen teuer, aber für einen Bruchteil dieser Kosten produziert wird. Warum müssen wir denen so viel Geld zahlen? Da müssen wir doch was ändern. Aber Sie würden sagen, so ist es halt. Also vielleicht so ist es halt, ist ein bisschen kurz. Wir können gleich nochmal darüber sprechen, was man damit machen kann und ob das Ergebnis von diesem Markt gerecht und wünschenswert ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, erstmal festzustellen, erstens, das ist eine Beschreibung von einem freien Markt und kein Gesetz. Zweitens, es ist eine ganz normale Preisbildung, wo sie eben auf allen anderen Märkten auch stattfindet. Also auch auf dem Erdölmarkt, auch auf dem Markt für gebrauchte Automobile, auch auf dem Markt für Berliner Wohnungen bildet sich der Preis anhand der Grenzkosten. Das ist sozusagen ein allgemeines ökonomisches Prinzip und gar nichts Absurdes oder Spezielles oder nur im Strom, was irgendwann sich ausgedacht hat. Also das Problem ist eigentlich eher, dass man so einen schlauen Begriff wie Merit Order sich ausgedacht hat, um was völlig Banales zu beschreiben. So ist es. Die Merit Order ist nur ein anderer Begriff für die, was Ökonomen oft langweilig als Angebotskurve bezeichnen. Es ist die kurzfristige Angebotskurve für elektrische Energie, mehr nicht. Und der höchste Preis wird eben bei der gegenwärtigen Marktsituation definiert durch den Preis für elektrische Energie, die durch Verbrennen von Gas produziert wird, weil Gas so teuer ist. Ganz genau. Man muss zusagen, nur dann, nur in diesen Stunden, wenn diese Gaskraftwerke auch gebraucht werden. Also Beispiel letzter Sonntag, gerade schon erwähnt, nachmittags war wenig Verbrauch. Viele Leute waren in der Freizeit, Betriebe standen still, weil Sonntag war gleichzeitig schon die Sonne. Also viel Produktion von Solarenergie. Und der Preis krachte nach unten, weit, weit, weit unter die Kosten nicht nur von Gas, sondern auch von Kohlekraftwerken, weil diese Kraftwerke nicht mehr benötigt wurden, um die Nachfrage zu decken. Das heißt, das eigentliche Ziel, was wir haben, muss heißen, wir müssen die Anzahl der Stunden reduzieren, indem wir Gaskraftwerke brauchen. Dann wird auch der Strompreis sinken und zwar ganz dramatisch. Und das geht, indem wir mehr Erneuerbare haben oder indem wir den Strombedarf sinken. Da gibt es natürlich Menschen, die an der Stelle sofort einhaken und sagen, das klingt ja erstmal alles ganz großartig. Das Problem ist doch bloß, die sagten es eben schon, man kann Strom so schlecht speichern. Brauchen wir dann nicht auch Kraftwerke, die man minutengenau regeln kann? Und gibt es da Alternativen zum Gas? Also selbst auch für dieses System, was wir dann anstreben, 100 Prozent Erneuerbare, nur noch Strom aus erneuerbaren Energien. Kann man da ohne zum Beispiel Gaskraftwerke auskommen in einer idealen Welt oder geht das gar nicht? Ich denke, das geht auf jeden Fall. Also technisch ist uns eigentlich klar, wie ein System funktioniert, was nur oder praktisch nur auf erneuerbaren Energien basiert. Und die wichtigen Komponenten heißen da viel Netzausbau, Wasserstoff, Elektrolyse. Also Wasserstoff machen aus Strom, dann wenn viel Strom da ist und andersrum Wasserstoff verbrennen und daraus wieder Strom machen, wenn wenig Wind weht und wenig Sonne scheint. Und eine Nachfrageseite, die auch flexibel ist. Also dafür brauchen wir auch zum Beispiel Elektroautos, die eben vor allem dann laden, wenn gerade die Sonne scheint und nicht in den anderen Zeiten. Wenn man diese Komponenten zusammennimmt und ein intelligentes, flexibles Stromsystem baut, dann ist es auch technisch möglich. Also auf Deutsch nochmal zusammengefasst, wir müssen auf der einen Seite ein System schaffen, das quasi Strom speicherbar macht. Was nicht unmittelbar so gut geht, aber was dadurch geht, dass man den überschüssigen Strom in Wasserstoff verwandelt. Das ist ein stromintensiver Prozess und dann auf der anderen Seite aus diesem Wasserstoff wieder Strom macht, wenn Strom fehlt. Also man baut quasi in Anführungsstrichen Stromakkus, indem man einen Wasserstoff speicherbar macht. Das ist das eine. Und das zweite ist, man macht die Nachfrage dynamisch. Ganz genau. Also ich würde es nicht nur auf diese beiden Punkte beschränken, obwohl die natürlich ganz wesentlich und langfristig vielleicht die wichtigsten sind. Aber das Stromsystem ist halt eine sehr komplexe Maschine. Ein Baustein ist zum Beispiel auch, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, flexibel und CO2-neutral Strom zu erzeugen in Europa, beispielsweise in der norwegischen und schwedischen Wasserkraft. Nur sind diese Länder, diese Kraftwerke nicht gut genug an Europa und Deutschland angeschlossen. Das heißt, wenn wir da die Netze weiter ausbauen, dann können wir die Wasserkraft auch intelligent nutzen. Das heißt, die Wasserkraftdecke würden dann vor allem produzieren, wenn sowohl in Schweden als auch in Deutschland gerade wenig Sonne und Wind ist und in den Zeiten zur Verfügung stehen und auch den deutschen Strombedarf decken. Okay, wenn wir also mal bei diesem Bild mit den Badewannen bleiben. Wir haben eben zurzeit in Europa noch nicht die eine große Badewanne, sondern wir haben jedenfalls in Teilen eher nationale oder sogar regionale Badewannen mit nur relativ dünnen Schläuchen dazwischen. Und damit diese Badewanne europaweit funktioniert, müssen die Schläuche größer werden auf Deutsch. Ganz genau so ist es. Okay, aber jetzt haben wir ja heute das Problem im Strommarkt, dass wir eben noch so abhängig sind vom Gaspreis. Wie bildet sich denn der? Im Grunde bildet sich der Gaspreis nach genau den gleichen Prinzipien, wie gerade dargestellt vom Strom. Also im Grunde ist es da auch die Angebotskurve und die Nachfragekurve, die bestimmt, was Gas kostet. Aber jetzt ist die aktuelle Situation diesen Herbst, diesen Sommer und im kommenden Winter in Europa schon auch nochmal ein bisschen besonders. Und das macht, glaube ich, Sinn, da nochmal genauer reinzuschauen. Wir haben drei große Quellen von Gas für diese Region, die Deutschland, Belgien, die Niederlanden und ein paar weitere Länder umfasst. Das ist auf der einen Seite Norwegen, auf der anderen Seite Russland und drittens Importe von Flüssiggas, die angelandet werden, die irgendwo herkommen, also aus dem Weltmarkt, aus Katar oder aus Amerika oder woanders her. Und wie wir alle wissen, sind die Lieferungen aus Russland fast zu mal liegen gekommen in diese Region oder komplett im Moment. Und die Lieferungen von Gaspreis, was ich jetzt persönlich denke, das wird auch nicht mehr kommen, wissen wir alle nicht. Jedenfalls haben wir da keinen Einfluss drauf. Das ist irgendwie ein politisches Machtspiel. Die Lieferungen aus Norwegen laufen schon auf so viel wie geht. Die lassen sich nicht weiter steigern. Die Norweger sind so quasi den Hebel ganz nach unten gedrückt und mehr ist nicht zu holen. Und das Gleiche gilt für die LNG-Lieferungen. Hier ist nicht das Problem so sehr des Gas. Das ist zwar auch knapp und teuer, aber das Problem ist, dass wir nicht mehr Terminals haben. Also diese berühmten LNG-Import-Terminals, Flüssiggas-Import-Terminals, von denen wir in Deutschland im Moment noch kein einziges haben, da nutzen wir die unserer Nachbarn mit, also die in Belgien stehen und in den Niederlanden und in Frankreich. Und die laufen auch auf Volllast. Da ist nicht mehr zu holen. Das ist einfach der Flaschenhals, da ist nicht mehr zu holen. Das heißt, wir sind im Moment in einer Situation, wo wir überhaupt nicht mehr Gas bekommen. Egal, was wir dafür zahlen, egal, wie wir uns anstrengen, wir wissen ziemlich genau, wie viele Kilowattstunden Gas in Europa, also in dieser Region, in Mitteleuropa, diesen Winter da sein werden und mit denen müssen wir auskommen. Und jetzt ist die Frage in dieser Situation, wie bildet sich der Preis? Man kann sich das so vorstellen, der Preis steigt und steigt und steigt und steigt und zwar so weit, bis die Nachfrageseite, bis die Konsumenten, bis es ihnen zu bunt wird, bis der Preis so hoch ist, dass die Nachfrage so weit sinkt, dass sie sich dem knappen, dem existierenden, dem definierten Angebot anpassen. Wir Ökonomen sagen dazu manchmal, die Nachfrage setzt den Preis. Da sind wir aber noch nicht. Doch, da sind wir. In diesem Regime sind wir quasi. Und es ist natürlich so, niemand kann in die Glaskugel gucken. Das heißt, wie hoch der Preis steigen muss, hängt ja auch vom Wetter ab und die Informationen darüber und das Wissen auch in der Branche ist begrenzt. Und das Preisniveau, was wir jetzt haben, ist um die 200 Euro und das kann man sich am besten so erklären. Das ist das Preisniveau, von dem der Markt, also die Analysten, die Unternehmen, die das studieren und modellieren und berechnen, von dem die glauben, dass dieses Preisniveau notwendig ist, um die Nachfrage genug zu drücken, damit wir mit dem knappen Angebot zurechtkommen. Sie haben jetzt beschrieben, okay, es gibt sozusagen eine physikalische Obergrenze der Gasversorgung für diese Region. Das kennt jeder, kann man sich ausrechnen. Jetzt hat natürlich Russland daran maßgeblichen Anteil, vor allen Dingen jetzt durch diesen Krieg. Aber es gibt ja Anzeichen dafür, dass es nicht erst mit dem 24. Februar angefangen hat, weniger Gas zu liefern nach Mitteleuropa, sondern viel früher. Was ist denn da Ihre Erkenntnis? Wann hat Russland angefangen, den Gashahn zuzudrehen, Speicher leer laufen zu lassen, solche Sachen? Also genau so ist es. Man sieht schon die Lieferung von Russland oder besser gesagt, das Verhalten von Russland als Ganzes war schon letzten Sommer, Sommer 2021, ziemlich merkwürdig. Und im Rückblick macht das alles Sinn. Und der wichtigste Einzelaspekt ist sicherlich, Gazprom hatte über Tochtergesellschaften die Eigentum an diversen Gasspeichern, auch großen Gasspeichern in Deutschland. Und diese Gasspeicher wurden anders als in der Vergangenheit und anders als sie gedacht sind, über den Sommer praktisch nicht befüllt. Wir hatten also schon im Herbst, im September letztes Jahr die Situation, dass die Gasspeicher eigentlich hätten voll sein sollen, aber fast leer waren. Und deswegen sind auch die Gaspreise letzten Sommer schon massiv gestiegen. Also wir hatten, glaube ich, bereits ab Juli 2021 Preise, die höher waren als jemals zuvor. Das heißt, vom Markt her gesehen waren da die Alarmglocken schon laut am Läuten. Nur die Öffentlichkeit und die Politik, und ich schließe mich da explizit ein, haben das nicht in ausreichendem Maße ernst genommen und registriert. Okay. So, jetzt haben wir also diese Lage, wie Sie sie geschildert haben, wie wir sie alle kennen. Versorgung ist am Maximum mehr oder weniger angekommen. Die Preise sind so, dass Sie sagen, okay, 200 Euro, das sagt der Markt, das ist halt der Preis, um die Nachfrage zu stillen und die Leute zum Sparen anzuregen. Bleiben wir nochmal kurz bei dem Sparen. Welche Rolle spielt denn das Sparen? Und welche Möglichkeiten haben denn Industriebetriebe, aber vor allen Dingen Verbraucher überhaupt, zu sparen? Und was kann die Politik da machen? Also Sparen ist sozusagen die einzige Option, die wir jetzt noch haben. Wie gerade besprochen, haben wir im Grunde sozusagen, kann man sich vorstellen, wir haben jetzt den Kuchen da. Wir wissen, wie viel KWH Gas diesen Winter in Europa sind und mit denen müssen wir klarkommen. Und Sparen heißt ja nichts anderes, als damit klarzukommen, unseren Verbrauch der physischen Realität anzupassen. Und wir würden eigentlich gerne mehr Gas verbrauchen, können wir nicht. Und der Prozess von, wir würden eigentlich mehr, können aber nicht, den nennen wir halt Sparen, Energiesparen. Und es gibt die beiden großen Verbrauchergruppen in der Reihenfolge der Größe, sind zum einen private Haushalte. In Deutschland verbrauchen die ungefähr die Hälfte des Gases, also Haushalte und Büros. Damit werden vor allem Gebäude geheizt, wenn es kalt ist. Und ungefähr ein Drittel des gesamten Gasverbrauchs verbraucht die Industrie, vor allem die chemische Industrie, aber auch zum Beispiel die Lebensmittelherstellung, also wenn Großbäckereien backen, dann wird das normalerweise mit Gas gemacht zum Beispiel. Und der kleine Rest geht in die Stromversorgung, also in Gaskraftwerke. Und jetzt ist es so, wenn wir als Verbraucher, Sie und ich als Verbraucher, als Gesellschaft, als Ganzes eben weniger Gas sparen, weil wir keine Lust haben oder weil wir uns anders entscheiden, dann muss eben die Industrie an anderer Stelle Gas sparen. Und der Mechanismus, mit dem die gezwungen wird, das zu tun quasi, ist der Preis. Das heißt, wenn wir alle fröhlich weiterheizen, dann wird der Preis an den Gasbörsen weiter steigen. Und zwar so hoch, bis eben weitere Betriebe abschalten, sodass die Nachfrage dann dem knappen Angebot entspricht. Und abschalten kann auch heißen, ladendicht machen. Das wird heißen, ladendicht machen. Also Energiesparen klingt ja so ein bisschen blumig und langfristig und sozusagen mit Blick auf das restliche Jahrzehnt heißt Energiesparen natürlich Produktionsprozesse optimieren, effizienter werden, erneuerbare Energien. Aber das ist alles keine mehr Option mehr jetzt für die nächsten Monate. Also wenn ich sage Energiesparen, dann heißt es auf Deutsch übersetzt Betriebe schließen. Firmen machen zu, Fabriken machen die Tore zu, stellen Produktionsanlagen zeitweise oder auf Dauer ein und sparen Gas, indem sie eben ihre Mitarbeiter nach Hause schicken und diese Produkte nicht mehr herstellen. Also auf Deutsch, ähnlich wie in der Corona-Pandemie zum Beispiel, könnte man sich überlegen, dass man einfach sagt, vier Wochen Kurzarbeit, eben, ich sage jetzt mal, Ziegelwerk. Also die Produktion von Ziegeln ist ein wahnsinnig energieintensiver Prozess. Da werden unfassbare Mengen an Gas verbrannt. Man macht den Ziegelsteinbude einfach zu, vier Wochen. Genau, also meine Überzeugung ist, dass wir das nicht am besten so organisieren, dass irgendjemand das festlegt. Also sozusagen im Notfall wäre der Prozess in Deutschland, dass die Bundesnetzagentur quasi Listen macht. Ich sage immer schwarze Listen von Betrieben, die dann stilllegen müssen für so und so viele Stunden, Tage, Wochen oder Monate. Und da quasi, ich sage jetzt mal, die Polizei vorbeischickt und schaut, dass sie sich auch dran halten. Aber es gibt doch diese Auktionen, die eingeführt wurden, dass sich so dann eine Reihenfolge sortiert, wer zuerst abgeschaltet wird. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also die Alternative, wir sind ja noch nicht in so einer Welt. Wir sind ja nicht so, es ist ja im Moment nicht der Fall, dass die Regierung oder die Bundesnetzagentur solche Briefe verschickt. Und ich bin da auch sehr froh drüber. Im Moment ist es ja eben so, dass die Betriebe das selber entscheiden müssen auf Basis der Preise, die sie sehen. Und ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch mit einer Gießerei, mit den Geschäftsführern und rede ab und zu mit der Industrie. Und das sind ja wirklich richtig bittere Entscheidungen. Also man muss sich klar machen, diese Betriebe müssen entscheiden, die Anlagen stillzulegen, die Mitarbeiterinnen nach Hause zu schicken und vielleicht aus der Angst auch raus, nie wieder produzieren zu können und damit sozusagen die Firma dicht zu machen, mit der sie vielleicht ihr Leben aufgebaut haben. Das sind ja richtig harte Entscheidungen. Und diese Entscheidungen macht im Moment in Anführungszeichen der Markt in dem Sinne, dass die Unternehmen eben die Preise sehen und sagen, liebe Leute, bei 200 Euro pro MWH können wir nicht auf Dauer produzieren. Wir müssen jetzt stilllegen. Und ich würde hinzufügen, das ist auch die richtige Entscheidung. So schmerzlich die ist, wir kommen da nicht drum rum. Und mir ist lieber, dass es die Geschäftsführerinnen und Manager der Unternehmen machen, als dass es in Bonn in der Behörde entschieden wird, wo sicherlich mehr Fehler und Fehleinschätzungen passieren, als wenn das jede Firma für sich selbst machen kann. Also da würden Sie sagen, das muss tatsächlich der Markt regeln. Das heißt also, da würden Sie nicht, wäre ja eine Alternative für eine politische Prioritätensetzung plädieren, zum Beispiel danach, welche Unternehmen in Lieferketten stehen, sodass quasi die Gaseinsparung bei einem Unternehmen hinterher zu Produktionsausfällen bei fünf anderen Unternehmen in der Lieferkette füllt. Denn das scheint ja der Ansatz der Bundesnetzagentur zu sein. Die bauen ja quasi so, ich sage jetzt mal Lieferkettenbäume auf, schauen sich quasi so dieses ganze Gewirr der deutschen Industrie an und sagen, wenn wir das zumachen würden, hätte das Riesenfolgen. Das finden Sie nicht gut, diese Prioritätensetzung? Im Grunde ist das die Aufgabe, die wir lösen müssen. Die Frage ist nur, ist das besser? Ist diese hochkomplexe Entscheidung, da hängt ja noch wahnsinnig viel dran. Da geht es um die Frage, wie kann man das vielleicht ersetzen durch Importe? Wo gibt es Lager? Welche Unternehmen sind überhaupt wie angewiesen? Sind diese Produkte jetzt wirklich extrem wichtig oder vielleicht auch nicht so wichtig kurzfristig? Kann man darauf verzichten? Können Konsumenten was anderes sozusagen ersatzweise damit verbrauchen? Und diese Entscheidungen sind so komplex. Das ist ja sozusagen die Volkswirtschaft. Das ist das, was eine Volkswirtschaft ausmacht. Und ich traue einfach keiner Institution, keiner zentralen Planungsinstitution zu, das alles zu überblicken. Und übrigens glaube ich auch, dass Müller, der Bundesnetzagenturchef, das ganz ähnlich sieht. Zum Beispiel im Lageinterview vor ein paar Monaten hat er da relativ klar gesagt, dass diese Entscheidungen nur im Notfall, im wirklichen Notfall von der Behörde getroffen werden sollten. Und wenn es irgendwie geht, besser den Unternehmen selbst überlassen werden. Um nur noch einmal nachzuhaken. Der Markt priorisiert ja tatsächlich nicht danach, welche Unternehmen wie wichtig sind für unser Gemeinwesen. Sondern der Markt priorisiert, wenn man das so will, danach, welches Unternehmen ist wie liquide. Welches Unternehmen hat welche, keine Ahnung, welche Kreditzusagen von den Banken. Wie lange hält man sehr hohe Gaspreise durch. Und jetzt nehmen wir mal das Extrembeispiel, ein Krankenhaus. Wir wissen, die Krankenhäuser in Deutschland sind krass unterfinanziert. Das ist ein völlig ausgebluteter Teil unseres Gemeinwesens. Und jetzt kann ein Krankenhaus seine Gasrechnung nicht mehr bezahlen. Das kann ja nicht einfach abschalten. Also ich kenne mich jetzt mit der Krankenhausfinanzierung auch nicht aus. Nehmen wir das mal als gegeben hin. Krankenhäuser haben eine unfassbar dünne Liquiditätsdecke. Das ist, glaube ich, einfach ein ökonomisches Faktum. Nehmen wir das Beispiel mal so, wie ich es gerade gebildet habe. Was macht man da? Soll das einfach abschalten? Natürlich nicht. Ich meine, die Antwort ist ja trivial. Krankenhaus ist ja ein bisschen Spezialfall, weil die Finanzierung auch sozusagen wirtschaftlich gesehen ein bisschen eine komische Struktur ist mit Krankenkassen und zum Teil privaten Betreibern, zum Teil staatlichen Betreibern. Wenn wir jetzt mal irgendwie zwei andere Güter vergleichen, die energieintensiv sind, weiß ich nicht, Klopapier und Gusseisenteile, dann ist es aus meiner Sicht eben schon so, dass der Preis dieser Güter deren Wichtigkeit, deren Knappheit definiert und beschreibt und dass sich deren Wichtigkeit im Preis materialisiert. Also wenn die Klopapierpreise so hoch steigen, dass die Leute sparsamer mit Toilettenpapier umgehen oder andere Lösungen finden, dann zeigt es sozusagen die Grenze der Zahlungsbereitschaft und wie wichtig dieses Produkt ist. Und wenn die Leute bereit sind, auch zehnmal mehr für Spezialgusseisenteile zu bezahlen, die man für Windkraftanlagenbau nun mal braucht, dann reflektiert der hohe Preis dieser Produkte schon deren Wichtigkeit für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft. Jetzt sagen Sie, das ist wahrscheinlich die Entwicklung, dass wenn gespart werden muss, dass Betriebe auch dicht machen. Jetzt gab es ja vor ein paar Tagen diese Diskussion, wird es eine Pleitewelle geben und welches Ausmaß wird das ausmachen? Hakel hat dicht gemacht, dieser Klopapierhersteller wahrscheinlich wegen dieser hohen Energiepreise. Welches Ausmaß wird das Ihrer Meinung nach haben? Das hängt natürlich von vielem ab. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie wir uns alle verhalten und wie viel Gas wir sparen. Also es ist, um es ganz klar zu sagen, wenn wir fröhlich durchs offene Fenster heizen und stundenlang duschen, führt das dazu, dass mehr Chemiefabriken und mehr Papierhersteller die Türen zumachen und dicht machen müssen. Das ist einfach ein ganz direkter Zusammenhang. Aber es hängt natürlich auch noch an anderen Entscheidungen ab und die große Linie aus meiner Sicht ist, wir müssen diese Betriebe, wir werden Betriebe schließen müssen im Winter, Betriebe werden schließen müssen, weil das Gas nicht reicht. Und wir als Gesellschaft haben die Verantwortung, diese Schließungen nicht in einen sozusagen unendlichen Zustand übergehen zu lassen, sondern wir als Gesellschaft, als Politik, meiner Meinung nach, haben die Verantwortung, den Betrieben die Chance zu geben, nach der Krise, nach dem Winter, vielleicht auch erst nach dem nächsten Winter, wieder zurück am Markt zu kommen. Das heißt, aus meiner Sicht brauchen wir sowas wie Corona-Hilfen. Also Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Kurzarbeitergeld ist sicher ein Baustein, aber ich glaube auch die Unternehmen selbst brauchen Geld. Kurzarbeitergeld deckt ja nur einen Teil der Löhne ab, wenn ein Unternehmen einfach dicht macht, nichts mehr verkauft, dann können die auch nicht 30 Prozent der Löhne zahlen aus meiner Sicht. Aber wir brauchen Hilfen für den Unternehmen, die zwei Dinge machen, die erstens dem Unternehmen das Überleben ermöglichen und zweitens dem Unternehmen aber auch das Schließen ermöglichen. Die Unternehmen müssen ihre Produktion stilllegen, damit das Gas nicht dort verbrannt wird oder verbraucht wird. Und wir brauchen eben Hilfen, die beides ermöglichen. Ein richtiger sozusagen Schuss ins Knie wäre jetzt die Lösung, den Unternehmen Subventionen zu zahlen, die sie in die Lage versetzen oder sogar zwingen, die Produktion weiterzuführen. Weil dann sind die Unternehmen zwar am Leben weiter, dann haben wir das eigentliche Problem nicht gelöst oder sogar wieder das Rad zurückgedreht, dass der Gasverbrauch widersteht. Also mit anderen Worten, um mal bei dem Beispiel von diesem Ziegelhersteller zu bleiben, das ich eben gebildet habe, Sie würden jetzt vorschlagen, staatliche Hilfen, dass dieser Ziegelhersteller einfach sagen kann, 1. Oktober, der Herbst beginnt, der Winter beginnt, wir schließen jetzt die Tore und am 1. April geht es weiter und in der verbleibenden Zeit gibt es eben staatliche Hilfen, die die laufenden Kosten abdecken und die die Kurzarbeit abdecken. Im Grunde ja. Ich würde jetzt zum Beispiel des Ziegelherstellers, ich kenne mich jetzt im Ziegelmarkt nicht aus, aber jetzt nehmen wir das mal, würde ich schon sagen, wenn sich herausstellt, dass Ziegel wahnsinnig notwendig sind, zum Beispiel weil die gesamte Bauwirtschaft zum Stillstehen kommt, weil es keine Ziegel mehr geliefert werden können, das ist ja auch ein Ergebnis, was extrem kostspielig ist, volkswirtschaftlich und sozial, dann würde ich dem Hersteller schon zugestehen, wenn die Ziegelpreise explodieren, das heißt, wenn die Ziegel offensichtlich dringend benötigt werden, dann soll er auch produzieren. Also genau das Zusammenspiel aus den Preisen für Gas und den Preisen aus den Produkten, die man aus Gas macht, sollte die Entscheidung lenken, was Unternehmen tun oder nicht. Vielleicht ein Beispiel dazu noch, was wirklich so stattgefunden hat, wo man das gut sieht, ist Ammoniak. Ammoniak ist der größte Gasverbraucher in Deutschland. Die Produktion desselben. Genau. Also man produziert aus Gas Ammoniak und da ist das Gas nicht ein Energieträger, sondern sozusagen der Rohstoff und Ammoniak ist die Grundlage für Dünger. Und Dünger braucht man für Lebensmittel. Und das heißt, es macht total Sinn, die Ammoniakproduktion runterzufahren, um Gas zu sparen, aber nur bis zu dem Punkt, wenn sozusagen die Landwirtschaft sagt, Leute, wir brauchen den Dünger ganz dringend und diese Aussage wird ausgedrückt durch einen hohen Düngerpreis, der sich in einen hohen Ammoniakpreis niederschlägt, dann sollten wir die Ammoniakproduktion auch wieder hochfahren. Und genau das ist passiert letztes Jahr. Im September sind die ganzen Ammoniakwerke in Europa, haben die Produktion runtergefahren. Als Konsequenz explodiert der Ammoniakpreis und im Dezember sind sie wieder hochgefahren. Das ist ein bisschen hin und her, aber es ist eben genau diese komplexe Lieferkettenentscheidung, die wir gerade diskutiert haben, die sich daran materialisiert und manchmal sozusagen ändern sich eben auch die Grundlagen und die Entscheidung ändert sich. Und in der Zwischenzeit sollte der Staat eingreifen, um sozusagen dem Ammoniakwerk zu ermöglichen, nach einer gewissen Pause, bis der Preis wieder da ist, wo er für die Produktion hin muss, dann auch wieder zu eröffnen. Ganz genau, so sehe ich das. Also wenn jetzt das Ergebnis dieser Krise ist, dass die gesamte energieintensive Industrie in Europa für immer die Tore schließt, weil sie einfach sozusagen die Durststrecke nicht überlebt haben, dann stehen wir auch ganz schön schlecht da. Und da muss man ja sagen, das hat ja gerade in der Corona-Pandemie so gut funktioniert, dass man eben mit staatlichen Überbrückungen verhindert hat, dass Strukturen zusammengebrochen sind. Das haben Unternehmen schließen müssen, teilweise über Monate. Es gab da auch Härten, wenn wir gar nicht kleinreden, aber jedenfalls grundsätzlich mal hat die deutsche Industrielandschaft ja diese Krise bemerkenswert gut überstanden. Gerade viel besser als in den USA zum Beispiel. Aber schauen wir doch nochmal zurück auf den Strompreis. Jetzt haben wir ganz lange über den Gaspreis und den Gasmarkt und die Frage gesprochen, wie man dazu Anreize setzen kann, dass weniger Gas verbraucht wird. Schauen wir doch nochmal auf den Strommarkt. Da haben wir gerade schon geschildert, dass der hohe Gaspreis eben quasi durchschlägt auf hohe Strompreise. Jedenfalls so lange, wie wir auch ein bisschen Gasstrom brauchen, weil dann eben der hohe Preis für den Gasstrom den Strompreis insgesamt definiert. Und sowohl die Europäische Union als auch Deutschland wollen ja nun die Strompreise und oder die Gewinne von stromproduzierenden Unternehmen deckeln. Auf EU-Ebene kursiert so ein Preis von 180 Euro Maximum pro, ich glaube das sind dann Megawattstunden Strom. Der Gewinn allerdings ist natürlich unklar. Viele haben ja Strom vor vielen Jahren gekauft. Sie sprachen dieses System mit den Terminkontrakten eben schon an. Ist das eigentlich sinnvoll, wenn man Preise deckelt? Also ich glaube sozusagen in der reinen Lehre würden fast alle Ökonomen oder ich sagen, da sind riesige Risiken. Um mal das Allerwichtigste zu nennen, wir kommen ja nur aus der Krise raus, wenn wir massiv investieren in Stromproduktion. Der Weg aus der Krise heißt, wir müssen massiv ausbauen, Wind und Solarenergie. Und das heißt, irgendwas muss da viele, viele, viele Milliarden investieren. Wenn diese Investorinnen jetzt registrieren, dass die Politik darüber redet, denen ihre Gewinne wegzunehmen, werden die deutlich langsamer, weniger und im kleineren Maßstab investieren. Das heißt, jede Gewinnabschöpfung tendenziell wird diese Krise strukturell verlängern. Also ich habe zum Beispiel mit einem Unternehmen telefoniert in Baden-Württemberg, die haben ein lustiges Geschäftsmodell, die laufen durch die Gegend, suchen große Dächer von Fabriken und Bauernhöfen, pachten die für 30 Jahre, hauen da mittelgroße Solarkraftwerke drauf, installieren das, melden das an, warten das, machen das ganze Ding, stellen das auf ihre Webseite und sagen, hier, kostet eine Million das Ding, könnt ihr haben, ihr werdet im Grundbuch eingetragen, das Ding gehört euch, Pachtvertrag, wir kriegen dann einen Cent pro Kilowattstunde für die Wartung, aber das Ding läuft dann, je nach Solarpanel, 20 bis 30 Jahre und ihr kriegt nach Abzug der Kosten irgendwie 6, 7 Prozent Rendite. Das ist deren Modell und das wird natürlich viel unattraktiver, wenn es jetzt heißt, ja, aber so ein bisschen was von eurem Allös an der Strombörse, wenn es 180 Euro pro Megawattstunde sind, dann sind das ja erheblich, dann sind das ja 200 Euro pro Megawattstunde, die die abgeben müssen von ihren Erlösen, da wird so ein Modell doch unattraktiver, oder nicht? Ganz genau, so ist es. Aber noch vielleicht nochmal ganz kurz so zum Verständnis für unsere Hörerinnen und Hörer, Sie sagten ja eben gerade beim Gas wollen wir, dass einfach weniger Gas verbraucht wird. Warum sollen wir denn den Strommarkt völlig anders regulieren? Und warum soll denn beim Strommarkt mit einmal gesagt werden, wir produzieren mehr Strom? Können wir nicht auch den Stromverbrauch senken? Auf jeden Fall. Also ich sehe da gar keinen Unterschied. Also sozusagen kurzfristig diesen Winter müssen wir beides machen. Wir müssen den Gasverbrauch senken und wir müssen auch den Stromverbrauch senken. Wir müssen den Stromverbrauch deswegen senken, weil er eben oft auch aus Gaskraftwerken kommt. Aber der Weg raus aus der Krise bei Gas und bei Strom ist halt ein bisschen anders, weil wir halt kein heimisches Gas in Europa mehr haben und auch auf Dauer nicht fördern wollen aus klimapolitischen Gründen. Das heißt, der Weg raus aus der Krise beim Gas heißt, einfach langfristig vom Gas wegzukommen. Und der Weg raus aus der Stromkrise heißt, langfristig mehr erneuerbare Energien zu bauen. Also auf Deutsch, weil wir Gas loswerden müssen, weil es sonst CO2 produziert, wenn man es verbrennt, während wir Strom klimaneutral produzieren können. Das ist der große Unterschied. Genau, und zwar auch in Europa, wenn wir das wollen. So, jetzt aber nochmal zu dem, was Ulf angeschnitten hat. Also die Politik hat ja jetzt verschiedene Maßnahmen, mehr oder weniger konkret aufs Gleis gesetzt. Wie genau die dann kommen werden, das ist in vielen Sachen noch offen. Aber die Konstrukte, die kommen werden, glaube ich, sind klar. Und das eine ist beim Strom, sagen wir mal, ein Grundbedarf wird gedeckelt. Also es wird irgendwie definiert, ein Grundbedarf, den die Leute brauchen, den gibt es zu einem staatlich definierten Preis, der unter dem Marktpreis liegt. Und wenn ihr darüber geht, wenn ihr mehr als euren Grundbedarf verbraucht, dann müsst ihr halt diese renten Marktpreise zahlen. Wo der Preis da genau liegt, wie das genau definiert wird, was jetzt ein Grundbedarf ist für ein Single, für eine Familie, wie man das rausfindet mit Single und Familie, ob da ein Durchschnittspreis über den letzten zwei Jahres Verbrauch gebildet wird oder so, sagen wir mal, dahingestellt. Aber diese Idee, das zu deckeln und über der Grenze dann den Marktpreis anzurichten, also dass das aus Sicht eines Ökonomen und eines Marktvertreters nicht die reine Lehre ist, ist klar. Aber würden Sie sagen, angesichts der Notlage, in der wir finden, ist das eine legitime Maßnahme? Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also ich hatte ja von angesetzt und gesagt, sozusagen, es gibt Probleme. Jede Abschöpfung von Gewinnen wird strukturell im Prinzip dafür sorgen, dass diese Krise länger und schwerer wird als notwendig. Gleichzeitig ist es auch so, wir brauchen ja auch ein Pflaster in der Krise. Also die Kostenwelle, die auf die Menschenunternehmen zurollt, ist immens und bedroht Existenzen. Und da können wir nicht einfach zuschauen, sondern müssen irgendwie handeln. Und das wird sehr viel Geld kosten und sich ein Teil des Geldes auch von den Gewinnen der Stromkonzerne zu holen, mag zwar nicht die reine Lehre sein, halte ich aber für vertretbar und auch sinnvoll. Okay, das ist jetzt quasi das fiskalpolitische Argument. Ja, die Hilfen müssen irgendwo herkommen. Ja, das Geld für die Hilfen muss irgendwo herkommen. Philipp hat ja aber ja noch diesen anderen Aspekt angesprochen, nämlich die Deckelung von Preisen. Also dass man eben einen Basisverbrauch zu einem stark subventionierten Preis den Menschen gibt. Vielleicht reden wir nochmal kurz darüber, wo das Geld herkommt und wie das Geld ausgegeben wird. Aus meiner Sicht ist es nämlich sinnvoll, die Sachen zu trennen, weil die analytisch im Prinzip einfach ganz unabhängige Instrumente sind. Also man könnte auch Geld einnehmen und im Haushalt, im Bundeshaushalt kippen oder man nimmt das Geld aus dem Bundeshaushalt und verteilt es. Und was Scholz angekündigt hat, ist im Kern die Kombination von einer Einnahmenseite und einer Ausgabenseite. Auf der Einnahmenseite sagt man den Stromkonzernen wie Kernkraft, Erneuerbaren, Kohle, ihr müsst Geld abgeben. Und wie viel Geld abgegeben werden muss, hängt von dem Strompreis ab. Also man führt keinen Strompreisdeckel ein. Das geht in der Diskussion immer ein bisschen durcheinander. Das ist aber wichtig. Der Strompreis an den Börsen wird nicht gedeckelt und auch nicht gedrückt und nicht reduziert, sondern man nimmt den Unternehmen quasi Geld weg. Man sagt, wenn der Strompreis 600 ist und man setzt einen Deckel von 180 oder 200, dann müsst ihr jetzt für diese Stunde pro MWh, pro Megawattstunde 400 Euro abgeben. Es ist ein bisschen was wie eine Steuer, was aber nicht Steuer heißen darf. Und die zweite Frage ist, was macht man mit dem Geld? Und das Konzept, was Scholz vorgeschlagen hat und was jetzt auch gerade in Brüssel diskutiert wird, ist im Grunde zu sagen, wir haben jetzt aus diesem Instrument einen Haufen Milliarden irgendwie sozusagen eingenommen und die verteilen wir an die Menschen, indem wir denen ein Grundkontingent, einen Basisverbrauch vergünstigt zur Verfügung stellen. Und der Sinn dieser Operation ist, dass die Menschen sozusagen auf der Rechnung entlastet werden und finanziell entlastet werden und besser über die Runden kommen, gleichzeitig aber wissen, bei jeder eingesparten KWh, bei jeder Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, wo ich meinen Verbrauch reduziere, kriege ich trotzdem den kompletten finanziellen Mehrwert, den echten Marktpreis von vielleicht 50 oder 60 Cent, den ich dann einspare. Mit anderen Worten, Energiesparen lohnt sich trotz dieses Basisverbrauchs finanziell genauso wie zuvor. Das verstehe ich nicht. Genau, das stimmt doch nur dann, wenn die Menschen mehr verbrauchen als den Basisverbrauch. Also Sie haben 2000 Kilowattstunden ist der Basisverbrauch, den kriegen Sie für 30 Cent. Wenn Sie jetzt statt 2000, 1500 verbrauchen, dann sparen Sie 500 Kilowattstunden, aber sparen halt nur diese 30 Cent und nicht die 40 oder 50, die das am Markt kosten würde. Ganz genau. Und deswegen darf man nicht 2000 Kilowattstunden als Basisverbrauch festlegen, sondern muss einen Basisverbrauch festlegen, der quasi geringer ist als der Verbrauch von fast allen Anschlussnehmern oder Menschen. Also es müssen alle drüber kommen quasi sozusagen. Keiner darf da drin leben können, sondern alle müssen so damit rechnen. Also wenn ich so weiterlebe wie bisher, dann komme ich da eigentlich drüber. Also alle ist vielleicht eine hohe Ambition, aber ich sage mal fast alle. Und Österreich hat genau so ein Instrument eingeführt, hat genau so einen Basisverbrauch eingeführt und da ging es eben gewaltig schief. Österreich hat als Basisverbraucher, ich glaube, 2900 Kilowattstunden pro Jahr. Für 10 Cent. Genau, definiert für 10 Cent. Also nochmal kurz auf Deutsch, 10 Cent ist eine Subvention gegenüber dem Marktpreis von fast 90 Prozent. Also das ist vom Faktor, also um 90 Prozent günstiger, als es eigentlich kostet. Und das Problem ist, dass dieser Basisverbrauch in Österreich so hoch ist, dass die Hälfte der Bevölkerung fast in den Basisverbrauch fällt, selbst ohne Sparanstrengungen. Und für die ist es einfach eine Einladung zum Energieverschwenden auf Steuerkosten. Weil wir haben ja den Basisverbrauch, kostet 10 Euro, den nutzen wir dann auf jeden Fall aus und fertig. Kostet ja nichts. Also mit anderen Worten, das ist quasi aus ökonomischer Perspektive ein völliger Fehlanreiz, weil wir ja Energie einsparen sollen oder müssen, weil eben Strom auch mit Gas produziert wird. Also mit anderen Worten, Sie sprechen sich jetzt nicht pauschal für eine Subventionierung eines Basisverbrauchs aus, sondern nur dann, wenn quasi alle Menschen den überschreiten, damit sie in der Spitze die hohen Strompreise bezahlen und damit der Sparanreiz bleibt. Kann man das so zusammenfassen? So kann man es zusammenfassen. Es gibt sogar noch eine Variante, die mir noch lieber wäre, die hieße, wir geben einfach sozusagen einen Euro-Betrag. Also zum Herbst kriegt jeder auf seiner Stromrechnung eine Gutschrift von, weiß ich nicht, 300 Euro, 500 Euro oder was auch immer. Und es ist eine Einmalzahlung und da steht drunter, das Geld ist jetzt für euch da, damit ihr über die Runden kommt. Aber Strom bleibt weiter teuer und Strom sparen lohnt sich weiter in vollem Maße. Also sozusagen als Ökonom würde man sagen, sozusagen je pauschaler sich diese Zahlung anfühlt und je weiter die getrennt von den Preisen ist, von den Anreizen, desto besser, weil dann helfen wir den Menschen finanziell, ohne die Anreize kaputt zu machen. Genau. Das wäre nämlich jetzt unsere nächste Frage gewesen, ehrlich gesagt. Also Subventionierung von Preisen, das klingt jetzt hier bei uns am grünen Tisch so vergleichsweise easy peasy. Wir haben uns aber auch mit Energieversorgungsunternehmen unterhalten, die uns sagen, diese Berechnung dieses Basispreises wird ein Riesenwust werden mit unfassbar viel Bürokratie verursachen bei den Unternehmen möglicherweise, aber auch bei den subventionierenden Behörden. Und jetzt haben Sie ja gerade schon angedeutet, es gäbe eigentlich auch einfachere Alternativen dazu. Wie würden Sie das denn ausgestalten? Also nicht Preisedeckeln, sondern wie würden Sie das ausgestalten, wenn Sie das jetzt frei entscheiden könnten? Also wenn ich das jetzt hier selbst festlegen könnte, würde ich sagen, lass doch einfach schnell und zügig und unbürokratisch an jeden Stromanschluss pauschal eine Zahlung von x 100 Euro als einmalige Gutschrift, um über die Krise zu kommen, überweisen und das erklären. Und da ist aus meiner Sicht neben den Zahlungen ist die Kommunikation mindestens genauso wichtig. Und dann muss halt sozusagen die Message daneben sein, dieses Geld wird nicht reichen, um den Kostenanstieg abzufangen. Und die Lücke, die euch noch bleibt, müsst ihr über Energiesparen füllen. Und das lohnt sich auch finanziell. Jede Kilowattstunde, die ihr spart, bringt richtig Geld in die Tasche. Und wenn ihr das sozusagen erfolgreich macht, liebe Bevölkerung, dann reicht auch diese Einmalzahlung. Also das wurde ja vom Prinzip her sogar ja schon mal gemacht in dem Hilfspaket 1 und oder 2, weiß ich nicht. Aber da gab es ja diesen Energiekostenzuschuss. Einfach eine Direktzahlung an die Leute, sagen hier, du musst deinen hohen Strompreis zahlen, aber wir helfen dir dabei. Nein, das ist jetzt eine politische Frage, so ein bisschen an Sie, die wir uns immer stellen. Wenn das sogar schon mal politisch umgesetzt wurde und wenn das nach meinen Kenntnissen auch gemessen wissenschaftlich nachvollziehbar tatsächlich gewirkt hat und funktioniert hat dieses Werkzeug, warum setzt die Politik nicht stärker auf dieses Werkzeug? Es ist administrativ einfacher, es ist offensichtlich wirksam, es greift nicht so sehr in den Markt ein. Man kann das sehr zielgerichtet machen. Man kann das ja mit Gasheizung genauso machen, dass man dann sagt, ihr heizt mit Gas. Komm, wir hauen da oben was drauf, weil wir stehen hier alle zusammen und Gas ist teuer und so. Das kann man ja bei Gaskunden äquivalent machen. Und politische Frage, warum setzt die Politik nicht stärker auf diese Direktzahl? Das müssen natürlich eigentlich die Politik fragen. Ich frage mich das ja auch und es ist ja eine Diskussion, die in der Ökonomie, in der Klimaökonomie zum Beispiel auch seit vielen Jahren diskutiert wird. Also als Klimaökonom würde ich immer empfehlen, einen hohen CO2-Preis in Verbundung mit solchen Pauschalentschädigungen für die sozialen Härten. Und auch da funktioniert es nicht richtig. Ich habe da auch keine gute Antwort. Ich würde da das Problem nicht so sehr bei den gewählten PolitikerInnen sehen, sondern auch in der Bevölkerung. Ich habe das Gefühl, wenn ich so privat mit Leuten rede, die eben weit weg vom Energiemarkt sind und weit weg von der ökonomischen Denke, dass die Menschen sagen, ich will überhaupt keine Pauschalzahlung, ich will einfach wieder einen normal teuren Strompreis. Also dass sozusagen das Preise eben auch eine Lenkungswirkung haben und eine Anreizwirkung und dass das auch wichtig ist, ist mein Gefühl ist in der Denke vieler Menschen ein ziemlich abstrakter und fernerniger Gedanke. Aber wie gesagt, ich bin da sozusagen, ich stelle mir eigentlich die gleiche Frage. Aber dann, wenn Sie sagen, das müssten wir eigentlich die Politik fragen, dann frage ich Sie jetzt nochmal gezielt als Ökonomen, vielleicht so für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal zu mitschreiben, was wären denn die Vorteile von solchen Direktzahlungen? Einfach so, was sind die drei oder vier Bullet Points, die Sie auf eine Folie schreiben würden, wenn Sie darüber einen Talk halten würden? Eigentlich sind es nur zwei Bullet Points. Also was wir wollen, sind zwei Ziele erreichen. Erstens, die sozialen Härten abfedern und zweitens, die Menschen trotzdem dazu zu bringen, Energie zu sparen, weil wir Energie sparen müssen aus einer physikalischen Notwendigkeit heraus. Und den Leuten zu sagen, Energie sparen lohnt sich finanziell und zwar sehr, weil die Preise sehr hoch sind. Ist eben der eine Mechanismus, von dem ich glaube, dass sie den Leuten dazu bringt, Energie zu sparen. Jetzt nochmal zum Energiesparen. Wir haben eben im Kontext Gaspreis über die Optionen der Industrie geredet, Energie zu sparen. Jetzt heißt es immer, je mehr, das haben Sie auch gesagt, je mehr die Privathaushalte aber Energie sparen, desto geringer das Risiko, dass wir jetzt irgendwelche Betriebe dicht machen. Beim Strom ist das äquivalent. Natürlich fragen sich die Leute jetzt, okay, wir wollen Energie sparen. Wie machen wir das denn? Na klar, man kann die Heizung im Winter zwei Grad runterdrehen, man kann kürzer weniger duschen. Was wir uns aber fragen ist, welche Instrumente hat denn die Politik, welche Hebel hat die Politik, um die privaten Haushalte zum Sparen anzureizen über den hohen Preis hinaus? Also der Preis ist natürlich, der übt Druck aus und sagt den Leuten, hier, das ist teuer, spart mal. Aber welche Möglichkeiten hat denn die Politik, um den Privathaushalten, das dann auch besser zu ermöglichen, als das heute der Fall ist? Also ich glaube, da gibt es eine große Antwort und dann sehr viele, sehr kleine, teilige Antworten. Die große Antwort ist, ich glaube, es bedarf einer klaren politischen Kommunikation bis nach ganz oben, dass das notwendig ist und dass es quasi eine gemeinsame Kraftanstrengung ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich nehme stark wahr, dass Habeck und Müller, der Bundesnetzagenturchef und sowas, bei jeder Gelegenheit versuchen, diese Message auch zu vermitteln. In der restlichen Bundesregierung sehe ich da keine gemeinsame Kraftanstrengung, das auch kommunikativ zu begleiten. Wie müsste diese Botschaft lauten auf dem Punkt? Die Botschaft muss lauten, wir müssen alle gemeinsam Energie sparen, sonst wird es ein bitterer Winter. Und wir müssen zu Hause auch deswegen Energie sparen, um die Arbeitsplätze in der Chemieindustrie und in den Papierwerken zu erhalten. Okay, das ist der eine Punkt. Was ist der andere? Der andere Punkt ist sozusagen ein bunter Blumenstrauß an komplizierten und unübersichtlichen Maßnahmen. Und da wird es echt auch so politisch heikel und da wird es auch unübersichtlich. Beispielsweise ist es ja so, dass in Deutschland, anders als in anderen Ländern, Strom- und Gasverträge oft eine einjährige Preisbindung haben am Anfang. Das heißt, viele Menschen bekommen erst im Laufe der Zeit mit, was der Gaspreis ist. Diese darüber früher zu informieren, wäre sicher ein wesentlicher Aspekt. Ein zweiter problematischer Punkt ist das ganze Verhältnis Mieter, Vermieter und Nebenkostenabrechnung. Ich zum Beispiel wohne zur Miete und die Nebenkostenabrechnung zur Miete, wo auch die Heizkosten mit abgerechnet werden, wenn man eine zentrale Heizung hat, zum Beispiel Gaszentral oder Fernwärme, die kommt bei uns zumindest immer erst zu Weihnachten des Folgejahres. Das heißt, die hohen Preise, wenn ich jetzt gerade nicht in der Energiepolitik als Beruf machen würde, die hohen Preise für meine Heizung für das ganze Jahr 2022 kriege ich als Weihnachtsgeschenk 2023 überreicht. Das ist erstens dann irgendwie kein so schönes Weihnachtsgeschenk, wenn da 5000 Euro Nachzahlungen drinstehen. Und zweitens bringt es nichts im Sinne der Anreize. Das ist ja ein Jahr zu spät oder zwei Jahre fast zu spät zum Energiesparen. Das heißt, diese Informationspflichten und den Leuten klarzumachen, dass die Preise hoch sind und das Energiesparen auch für ihr eigenes Portemonnaie und nicht nur aus moralischen Gründen angesagt ist, ist eng verwoben mit diesen komplizierten mietrechtlichen Sachen und das sind dicke Bretter. Aber wenn man zum Beispiel eine App hätte, auf der steht, du hast an diesem Tag vor einem Jahr so und so viel Strom verbraucht, heute bist du bei 70 Prozent davon. Wenn du jetzt ein bisschen aufpasst, dann bist du bei 75 Prozent, hast ein Viertel gespart im Vergleich zum Tag im Vorjahr. Das sind in Euro so und so viel. Das kannst du dann auch auf eine Woche ausweiten oder auf einen Monat ausweiten. Aber wenn die Leute quasi in ihrem Raum so ein Display hätten, heute habe ich noch die Chance, drei Euro zu sparen oder vier oder in diesem Monat noch 20 Euro zu sparen. Wenn ich jetzt das Licht ausmache und meine Waschmaschine, was weiß ich, nachts anmache, weil ich da einen günstigeren Strompreis kriege oder so, wäre das ein Hebel? Das wäre super. Aber das scheitert oft daran, dass die Zähler, sowohl bei Gas als auch bei Strom, ja in Deutschland tragischerweise nicht in der Lage sind, sowas zu bemitteln, sondern in der Regel einmal pro Jahr manuell abgelesen werden durch irgendjemand, der da mit seinen eigenen Augen drauf schaut. Also für so eine App bräuchte ich ja einen Zähler, der quasi kontinuierlich den aktuellen Verbrauchsstand elektronisch übermittelt. Und solche Zähler gibt es aber in Deutschland halt eher auf dem Papier. Das ist auch das komplette Fiasko beim Ausrollen von sogenannten Smart Mietern. Wir reden da seit 20 oder seit 10 Jahren reden wir darüber und es ist einfach erschreckend wenig passiert. Aber nochmal kurz als sozusagen als Positivbeispiel. Es gibt schon auch Menschen und Unternehmen, die versuchen, trotz der beschränkten Möglichkeiten jetzt was zu machen. Und eine Sache, die ich finde vielversprechend ist, sind Angebote von Energieversorgern, zum Beispiel MVV und Energie Baden-Württemberg zum Beispiel, die ihren Kunden sagen, wenn es euch gelingt, euren Energieverbrauch, ich glaube Gas, vielleicht auch Strom, um mindestens 10 Prozent zu senken, vielleicht zum Vorjahr, dann zahlen wir euch eine Energiesparprämie. Ich glaube, bei MVV sind es 100 Euro, die Zahlen habe ich gerade gar nicht genau parat. Aber so ein Angebot, ich glaube, das versteht jeder, das kann jeder nachvollziehen. Da ist natürlich eine gewisse Unschärfe dabei, vielleicht wird der Winter total mild und die Leute sozusagen schaffen die 10 Prozent ohne jede Anstrengung. Aber so ist es halt. Wenn der Winter wild ist, ist es ja auch gut, dann haben wir es auch geschafft. Vielleicht ist der Winter total hart und die Leute schaffen es nicht, obwohl sie sich anstrengen. Das ist dann ein bisschen unfair, aber es geht ja vor allem darum, dass wir unseren Gasverbrauch senken. Und ich finde diese Energiesparprämien eine gute Idee und ich würde mir wünschen, dass es da vielleicht von allen Versorgern, vielleicht sogar über eine Branchenlösung, sozusagen begleitet mit einer Werbekampagne, eine Lösung gibt, die das allen Menschen ermöglicht. Nur noch kurz, um diese Bullet Points zu vervollständigen. Also Sie haben gesagt, Kommunikation von oben, wir müssen Energie sparen. Dann so eine viel, viel größere Transparenz und Sichtbarmachung dieser Preissignale für die einzelnen Verbraucher würde helfen. Gibt es da noch was, was wir vergessen haben? Es gibt total viele. Es gibt sicher 100 Einzelmaßnahmen. Also ich greife nochmal eine raus, die diskutiert wurde und die nicht funktioniert hat politisch. Das ist die Möglichkeit für Vermieter, die Temperatur der Heizungsanlage zum Beispiel nachts abzusenken. Vielleicht erinnern sich noch ein paar an den Geräten. Da gab es im Mai, April eine Diskussion darüber, an der ich jetzt auch ein bisschen beteiligt war. Wir hatten gesagt, wenn man da wirklich ran will, wäre es auf jeden Fall hilfreich, den Vermietern abweichend von der aktuellen rechtlichen Lage zu ermöglichen, die Vorlauftemperatur ein bisschen abzusenken, sodass die Wohnungen ein, zwei Grad kälter werden als sonst gesetzlich vorgeschrieben. Und das wäre eben ein großer Hebel, weil da muss man nicht Millionen Menschen erreichen, sondern vielleicht nur ein Dutzend große Wohnungsbauunternehmen, die man auch zusammen trommeln kann und vielleicht auch sozusagen besser gesetzlich erreichen kann oder mit Anreizen oder sowas. Und das wurde diskutiert und ist, ich würde sagen, politisch komplett gegen die Wand gefahren. Also da gab es dann, ich weiß nicht, da gab es irgendwie auch schlimme Bilder von irgendwelchen Fackelzügen vor den Privatwohnungen von Wohnungsbaugesellschaftsgeschäftsführern und sowas. Und ich glaube, diese Idee ist politisch tot, weil es einfach so ein heiktes Thema ist. Aber das wäre ein Hebel gewesen, der unter Umständen relativ groß gewesen wäre. Habe ich bei meiner Mutter jetzt gemacht über eine App? Kann ich irgendwie bei meiner Mutter die Heizkurve von 1,4 auf 1,1 runtergesenkt und bin mal gespannt, was sie da jetzt spart. Also ich finde das total spannend, weil das so schön zeigt, dass einfach die Psychologie ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist bei dem Ganzen. Die Kommunikation und dann eben die Psychologie der Menschen in Deutschland. Alle schreien ganz, ganz laut, die Politik will mir reinregieren in mein Privatleben. Während wenn die Preise hoch sind und die Leute dann in Anführungsstrichen semi-freiwillig irgendwas einsparen, dann ist das zwar auch doof und dann wird zwar auch geschimpft, aber der politische Backlash ist einfach deutlich geringer. Also jedenfalls, solange es nicht zu wirklichen sozialen Härten kommt. Und das muss man vielleicht auch einfach in die politische Entscheidungsfindung einbeziehen. Einzelmaßnahmen, die als Beschränkung von Freiheit empfunden werden, die sind politisch eben sehr schwer durchzuhalten. Während wenn die Lage halt so ist, dass die Preise hoch sind, das muss man abfedern, aber das scheinen die Leute doch vergleichsweise leicht noch hinzunehmen. Aber Philipp, du hast gerade schon angesetzt, wir wollen zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft wagen. Wie muss denn eigentlich der Energiemarkt der Zukunft aussehen? Genau, das haben wir am Anfang schon mal so ein bisschen skizziert, auch in der Anmord für dieses Thema. Wir haben jetzt so ein bisschen skizziert oder relativ ausführlich skizziert, wie eigentlich die Energiemärkte für Gas und Energie heute funktionieren, welche Eingriffsmöglichkeiten Staaten und Bürger da haben. Das ist natürlich jetzt aber auch alles bestimmt von dieser akuten Notlage. Wir müssen jetzt was machen, da gibt es keine optimale Lösung, da gibt es eigentlich nur schlechte Lösungen und wir zahlen, was immer wir auch machen, einen relativ hohen Preis für alles, was wir da unternehmen. Aber letztlich wird diese Krise irgendwann enden und die Ziele sind ja auch klar gesteckt. Wir wollen irgendwann 45, 50 zu einem klimaneutralen Energiesystem kommen, was also kein zusätzliches CO2 ausbläst. Und da würde mich mal interessieren, wie müssen wir denn da dieses System, diesen Markt, wie wir ihn jetzt haben, vor allen Dingen vielleicht Strom, weil das ja so die Kohle des 21. Jahrhunderts sein wird, wie muss denn der Strommarkt jetzt umgestaltet werden, damit das dann auch wirklich funktioniert? Im Kern würde ich sagen, der Strommarkt, so wie er aufgestellt ist, funktioniert richtig und gut. Der ist nicht optimal und da kann man sozusagen im Feinstift noch allerhand optimieren, an vielen Ecken. Aber es ist trotzdem, glaube ich, wichtig festzustellen, dass der Strommarkt an sich genauso funktioniert, wie er funktionieren soll und wie er gebaut wurde und wofür er gebaut wurde. Das ist ja erstmal eine gute News, dass wir da jetzt nicht fundamental alles umbauen müssen. Genau und das ist vor allem deswegen wichtig nochmal zu sagen, weil das hier Leute auch anders sehen. Also es gibt sowohl aus der Politik als auch aus der Wissenschaft viele Leute, die gerade sagen, wir brauchen was ganz anderes, wir brauchen wieder staatliche Planung, wir müssen das alles festlegen. Das ist aus meiner Sicht alles erstens nicht richtig und zweitens ein Weg, der uns die Dekarbonisierung und die Klimaneutralität sehr viel erschweren wird. Ich glaube, wir brauchen im Grunde Märkte, so wie wir sie haben und wir müssen diese Märkte weiterentwickeln und verbessern. Und ich würde da zwei Punkte rausgreifen wollen. Es gibt viele weitere, über die man reden könnte, aber ich möchte zwei Punkte rausgreifen wollen. Die eine ist die Frage, Langfristverträge und Absicherung gegen Risiken. Also ein Thema, was wir als Wissenschafts-Community und als Energiepolitik lang unterschätzt haben, ist, wie wichtig das ist, Menschen und Unternehmen vor Krisen, wie wir sie gerade erleben, zu schützen. Das heißt, den Menschen Absicherungsinstrumente zu geben und zu sagen, zum Beispiel die Wahl zu geben und zu sagen, ihr könnt einen Stromtarif haben, der wird in der Krise hochgehen oder ihr kriegt einen anderen Stromtarif, der sozusagen eine Versicherung eingebaut hat, der vielleicht einen Ticken teurer ist und der dafür in der Krise länger stabil ist. Aber das gibt es doch mit diesen Preisgarantien. Kann man doch jetzt machen. Genau, diese Preisgarantien, so wie sie leider in Deutschland im Moment genutzt werden, sind keine gute Lösung, weil die Preisgarantien ja eigentlich heißen, du zahlst immer den gleichen Strompreis, 30 Cent pro Kilowattstunde, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und von diesem alten antiquierten System müssen wir trotzdem weg, weil wir wollen ja, dass die Elektroautos dann laden, wenn viel Sonne scheint und Wind weht. Das heißt, wenn der Strompreis niedrig ist, das heißt, die Konsumenten, das Smart Home, die Elektroautos und die Wärmepumpen, die müssen den Strompreis sehen, um darauf reagieren zu können. Gleichzeitig müssen die Kunden, die Menschen, die Familien vor Energiekrisen geschützt werden, zumindest wenn sie das wollen, im Sinne einer Versicherung, im Sinne einer Abwederung von Strompreisen. Diesen Spagat zwischen Preissignalen für das Smart Grid und gleichzeitig Absicherung gegen die Energiekrisen, die vielleicht noch kommen werden, das ist ein Thema der Weiterentwicklung, was wir, glaube ich, oder auch explizit ich selbst persönlich unterschätzt und nicht gesehen haben, in dem Maße, wie es wichtig ist. Und ist es aber ja so, dass es auch politisch in Deutschland seit vielen, vielen Jahren keine ganz klaren Signale gibt, um es mal vorsichtig zu formulieren, in Hinblick auf den Ausbau von erneuerbaren Energien? Denken wir nur so als ein klassisches Beispiel an Windkraftverhinderungsgesetzgebung, wie die sogenannte 10H-Regel in Bayern beispielsweise. Was könnten Sie sich denn da für insbesondere marktwirtschaftliche Mechanismen vorstellen, um auch die politische Akzeptanz eben dieses Energiewandels zu steigern? Also wie bekommt man die Menschen zum Beispiel in Bayern dazu, dass Sie Markus Söder sagen, jetzt hör mal auf mit dem Bremsen, wir wollen hier mehr Windkraft. Wie kriegt man das ökonomisch abgebildet? Die elegante Art, das ökonomisch abzubilden, ist zu sagen, wir erlauben dem Markt die Knappheit in Preisen anzuzeigen, da wo sie besteht. Das heißt im Moment haben wir an der Strombörse, an der EPEX, haben wir einen einheitlichen Strompreis. In ganz Deutschland ist der Strompreis, der ändert sich zwar von Stunde zu Stunde, ist aber über das ganze Land gleich. Und das ist eine gesetzliche Regelung. Und das ist eine Regelung, die man ändern sollte und auch könnte, dass man zulässt, dass in den unterschiedlichen Regionen sich ein unterschiedlicher Preis einstellt. Und es hieße dann, dass in Norddeutschland immer dann, wenn Wind weht, der Strom sehr, sehr günstig wäre. Und in Bayern, wenn keine Windanlagen da stehen, der Strom trotzdem teurer wäre, selbst wenn viel Wind weht und eigentlich genug Energie da wäre. Und dieser Mechanismus ist dann der ökonomische Anreiz, zum einen in, ich sage jetzt mal in Bayern oder dort, wo Strom knapp ist, mehr Energieerzeuger zu bauen, mehr neue Energien zu errichten. Und gleichzeitig auch der Anreiz bei besonders energieintensiven Prozessen. Wir hatten über Arboniak bei Gas gesprochen, aber es gibt natürlich auch stromintensive Prozesse, dass diese Unternehmen, die zum Beispiel Aluminium herstellen oder Kupfer mit sehr großen Strommengen oder auch Rechenzentren der großen Internetfirmen tendenziell eher in die Regionen gehen, wo eben Strom sehr gut verfügbar und damit auch sehr günstig ist. Und das hat ja noch den strukturpolitischen Vorteil, dass die Gegenden in Deutschland, wo man eben sehr gut Windkraft produzieren kann, zum Beispiel Schleswig-Holstein, industriepolitisch, wie soll ich sagen, ja nicht die Vorreiterregion. Oder Mecklenburg-Vorpommern. Oder Mecklenburg-Vorpommern. Das sind ja durchaus Regionen, die so einen gewissen Aufholbedarf noch haben, wenn es zum Beispiel um die Ansiedlung von Internetunternehmen oder Industriebetrieben geht. Und wenn die dann den Standortvorteil billiger Strom hätten, wäre das doch vielleicht ganz geschickt. Bei Intel ist das ja so, glaube ich. Die haben ja 18 oder was Milliarden, wollen die ja in Sachsen-Anhalt investieren für Chip-Produktion. Und wenn ich das richtig sehe, korrigieren Sie mich, war ein großer Faktor, wir kriegen da erneuerbare Energien. Ganz genau. Okay, und wie könnte man das konkret umsetzen? Also man müsste einfach den Strommarkt in Deutschland regionalisieren. Ganz genau. Da gibt es sozusagen zwei grundlegende Varianten. Das System, was wir in Europa haben, nennt sich Preiszone. Das heißt, Deutschland und Luxemburg genau genommen, ist eine gemeinsame Preiszone. Und das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Und man könnte jetzt diese Preiszonen einfach teilen. Das hat man zwei, drei, fünf oder sieben Preiszonen in Deutschland. Und dafür ist auch sozusagen eine heiße Diskussion seit zehn Jahren am Laufen und ein europäischer Prozess aufgesetzt. Der nennt sich der Bidding Zone Review. Also so ein Prozess, an dem die europäischen Netzbetreiber und die Energieregulierer beteiligt sind. Und da wurden Vorschläge vorgestellt vor wenigen Wochen. Das ging alles in der Energiekrise ein Stück weit unter. Auch zu Recht, weil das jetzt nicht die akute Dringlichkeit hat. Das ist der naheliegende, mittelfristig realisierbare Prozess. Langfristig kann man sich auch wünschen, und ich bin da tendenziell der Meinung, dass es sinnvoll wäre, noch einen Schritt weiter zu gehen und ein System einzuführen, was manchmal als Nodal Pricing bezeichnet wird. Das ist ein System, was es seit ungefähr dem Jahr 2000 oder seit den 2000er Jahren in vielen amerikanischen Energiesystemen gibt. Und da wird der Strompreis quasi noch stärker reguliert. Und da wird dem Markt erlaubt, einen eigenen Strompreis zu bilden an jedem einzelnen Umspannwerk. Also Nodal von Node von Knoten und so ein Umspannwerk wäre dann ein Kunde. Ganz genau. Das Stromnetz kann man sich vorstellen als Linien. Das sind die Leitungen und Knoten, das sind die Umspannwerke. Davon gibt es ein paar hundert in Deutschland. Und im Extremfall hätte jedes Umspannwerk seinen eigenen Strompreis. Und der ändert sich dann je nach der aktuellen Wind- und Solarsituation. Das könnte man natürlich jetzt so, wenn man das so politisch mal betrachtet, Habeck mit seinem 2-Prozent-Flächen-Ziel zwingt mehr oder weniger hart die Länder dazu, jetzt diese 2-Prozent-Flächen hin zur Verfügung zu stellen und Windkraft auszubauen. Da könnte man natürlich parallel dazu den Druck etwas erhöhen, indem man diese Gesetzgebung ändert und sagt, ja und übrigens, wenn ihr das nicht macht, liebes Bayern, dann wird der Strom bei euch auch echt teuer demnächst. Ich sehe das so. Und ich sehe das aber, ich würde es gar nicht so moralisch formulieren, und das ist ja auch eine faire Entscheidung. Man kann ja sagen, zum Beispiel, wir sind bereit, mehr Leitungen auszubauen, den Strom zu importieren. Wir importieren ja auch andere Dinge aus anderen Regionen. Wir machen ja auch keine Bananenproduktion in Deutschland. Ich finde es völlig legitim, das zu sagen. Aber ich finde es auch richtig zu sagen, die ökonomischen Kosten davon transparent zu machen, im Sinne von Preisen. Dann ist es halt so, wenn sich eine Region entscheidet, wir wollen hier keine Kraftwerke, keine erneuerbaren haben, dann zahlen wir halt mehr für den Strom. So ist es. Aber dann muss man auch die Leitungen bauen. Wenn man sagt, wir wollen keine Kraftwerke und keine Leitungen, na dann hat man halt auch keinen Strom. Das ist ja das Problem in Bayern. Die wollen ja weder Windkraftanlagen, noch wollen sie Hochspannungsleitungen. Das ist das eine. Also ein bisschen transparentere Preise, diese Ungleichheit beim Ausbau der erneuerbaren Energien ein bisschen transparent machen, um Anreize zu setzen, um da mehr zu machen. Das ist das eine. Aber Sie haben ja auch von euch gesprochen, quasi die Nachfrageseite flexibler zu gestalten. Also uns Verbrauchern, aber natürlich auch Unternehmen, mehr Möglichkeiten zu geben, ja, die Waschmaschine nachts anzumachen, das Auto zu laden, wenn viel Sonne da ist oder so. Was muss dafür getan werden, damit das möglich ist? Also ich würde das mal ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich ganz viel, ich sage mal, Kleinkram, Kleinkram, Stromverbraucher zu Hause, Computer, Toaster, Föns, Waschmaschinen, Elektroherde. Da ist, glaube ich, nicht viel zu machen. Wir wollen jetzt ja nicht sozusagen das Kochen von Nudeln auf den Mittag verschieben, weil da die Sonne scheint. Aber es gibt eben zwei sehr große Stromverbraucher, die auch sehr viel wichtiger werden, wo sowas relativ einfach möglich ist. Und das ist auf der einen Seite Elektromobilität und auf der anderen Seite elektrisches Heiz mit Wärmepumpen. Es ist klar, Elektroautos haben Batterien und das ist relativ egal, ob ich die jetzt um 19 Uhr abends oder um 3 Uhr nachts lade, wenn ich morgens damit zur Arbeit fahre. Und da ist es wichtig, das intelligent zu machen. Und das Gleiche gilt auch für Heizungen, weil Häuser sind thermisch träg. Das heißt, wenn ich jetzt die Heizung eine Stunde später oder früher anmache, dann merke ich das als Bewohnerin gar nicht. Das heißt, es wäre extrem wichtig und hilfreich, den Wärmepumpen quasi zu sagen, wann gerade viel Wind weht, dass sie dann in den Momenten heizen und nicht in den anderen. Dann kann man ja auch diese Warmwasser speichern. Man kann ja auch quasi, es gibt es ja auch Zwischenspeicher für so Wärmepumpen, da wird es halt aufgeheizt. Und wenn man es dann braucht, aus dem Speicher abgerufen. Das kommt noch dazu, genau, das kommt noch dazu. Aber selbst wenn man sowas nicht hat, ein paar Stunden früher oder später anfangen, das merkt man als Mensch gar nicht. Zumal ja, Wärmepumpen sowieso am allerbesten funktionieren mit Fußbodenheizungen, die bekanntlich besonders träge sind. Ganz genau. Das heißt, das funktioniert. Das heißt, das Stichwort, das man da braucht, haben Sie ja im Grunde eben schon genannt. Das ist dieses Smart Grid. Wir wollen also im Grunde, dass die Stromnetze schlau werden. Und das bedeutet aber im zweiten Schritt, dass eben auch die stromverbrauchenden Geräte möglichst schlau sein sollten. Genau. Und das ist natürlich ein dickes Brett. Da gibt es natürlich viele Akteure und viele technische Standards und viele Interessen. Aber der Kern aus meiner Sicht muss heißen, dass bei den Stromkunden, bei den Menschen zu Hause die Knappheit ankommt im Sinne eines Preises. Ich glaube, es wäre wenig sinnvoll, sozusagen ein Elektroauto zu sagen, gerade ist windig, jetzt laden wir. Sondern der Ausdruck der Knappheit von Strom sollte auch wieder über den Preis erfolgen. Das heißt, die Menschen zu Hause müssen Informationen über fluktuierende Preise erhalten und dementsprechend die Geräte optimieren und steuern lassen können. Ja, also nur als Fußnote. Das kann ja auch dazu führen, dass die Leute Geld kriegen. Also weil Speicher im Netz ist ja auch ein Wert. Also wenn zu viel Strom da ist und der irgendwo hin muss, und wir brauchen jetzt hier dringend Speicher, ist es ja durchaus denkbar, dass die Leute Geld kriegen, wenn man den Strom in ihrem Auto speichert. Ganz genau. Also dass sie sozusagen übers Jahr hinweg am Ende Geld verdienen, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Wir kriegen ja vor allem viel Strom. Aber es ist auf jeden Fall auch finanziell viel drin. Es ist ja nicht nur so, dass es dann Sinn macht fürs Netz, sondern es ist auch einfach günstiger für die Menschen, ihr Auto dann zu den Zeiten zu laden. Okay, das ist natürlich tatsächlich momentan so ein bisschen Zukunftsmusik. Auf der anderen Seite, ist das nicht auch einfach eine Chance, das politisch zu regulieren? Also müsste man das nicht vielleicht einfach jetzt mal regeln? Also es ist Zukunftsmusik aus deutscher Perspektive. Aber wir müssen mal sagen, wir sind da wirklich somit die langsamsten auf der Welt. Also Realtime Pricing wird das auf Englisch genannt. Also die Tatsache, dass auch Haushalte fluktuierende Preise bekommen und hoffentlich danach sich verhalten. Das ist in anderen Ländern gang und gäbe. Also Spanien hat das als Grundprinzip 2015 eingeführt zum Beispiel. Also vor sieben Jahren ist das schon eingeführt worden in Spanien? Ganz genau. Und auch in skandinavischen Ländern ist das im Grunde relativ weit verbreitet. Wir sind da wirklich mit die Letzten in ganz Europa. Aber das Ganze beruht natürlich so ein bisschen auf dem Ansatz, Strom ist knapp. Nun gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, genau das ist vielleicht auf Dauer gar nicht mehr der Fall. Wenn wir einfach nur erneuerbare Energien genügend ausbauen, dann haben wir selbst in Dunkelflautenphase immer noch so viele Windräder, dass wir unterm Strich genug Strom haben. Oder Speicher. Oder mit ein bisschen Speichern kann man ja schon auch, genau. Wie stehen Sie denn dazu? Also wie bekommen wir denn diesen Ausbau erneuerbarer Energien gefördert? Also die Aussage, dass Strom quasi nicht knapp ist, ist aus meiner Sicht ein totaler Quatsch. Also selbst wenn der aus Wind und PV kommt, ist der auf Dauer knapp? Es gibt natürlich und es gibt es ja heute schon Momente, wo in bestimmten Regionen im Netz mehr Strom ist, als wir entweder abtransportieren oder verbrauchen können. In diesen Momenten, an diesen Orten ist dann Strom nicht knapp. Und das würde sich in einem Preis, in einem regionalen Preis, dann in Nullpreisen, dann kostet Strom nichts mehr an diesem Ort. Oder man kriegt Geld dafür, wenn man es in seinem Auto speichert. Oder sogar so, genau, negative Preise sind auch denkbar. So würde das aussehen. Aber diese Aussage, die da mitschwingt, dass Strom quasi immer und im Allgemeinen nichts mehr wert ist, das wäre nur dann der Fall, wenn wir quasi absurd viel Erneuerbare ausbauen. Viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Und das wäre ja totale Verschwendung von Ressourcen, von finanziellen und natürlichen Ressourcen. Also in einem sinnvollen Gleichgewicht, in einem optimalen Stromsystem, auch in der Zukunft wird es so sein, dass in bestimmten Stunden Strom fast umsonst ist oder umsonst ist, in bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten und an anderen Orten zu anderen Zeiten in der Dunkelflaute ziemlich teuer sein wird. Und wir müssen eben ein System bauen, was unter diesen Rahmenbedingungen möglichst gut funktioniert. Sie haben gerade nochmal ausgeführt, Strom wird im Grunde immer knapp bleiben, jedenfalls zu bestimmten Zeiten. Das würde ja bedeuten, wir möchten eigentlich schon so viel erneuerbare Energien ausbauen, wie es irgendwie geht. Nicht zuletzt, um kein Gas mehr verstromen zu müssen. Nun haben wir ja in Deutschland da ein, wie soll ich sagen, auf den ersten Blick vielleicht nicht so wahnsinnig intuitives System, dass nämlich der Ausbau von erneuerbaren Energien nicht einfach so stattfinden kann, sondern dass Kapazitäten versteigert werden, dass sie dadurch quasi künstlich gedeckelt werden. Der Staat legt fest, wie viele Megawatt an Leistung überhaupt ausgebaut werden können. Was halten Sie denn aus einer ökonomischen Perspektive davon? Macht dieses Versteigerungssystem Sinn oder sollten wir da quasi die Zügel loslassen? Ich glaube, es ist ein bisschen Missverständnis. Also so, wie Sie es dargestellt haben, gilt es für Offshore. Da muss ich quasi bei einer Auktion gewinnen, um einen Park bauen zu dürfen. Also auf dem Meer? Genau, bei Wind auf See. Bei Wind an Land und bei Solarenergie ist es anders. Da kann ich entweder bei so einer Auktion mitmachen und wenn ich gewinne, bin ich dann Teil des Fördersystems und kriege quasi einen Mindestpreis. Ich kann aber auch immer sagen, will ich nicht, ist mir zu kompliziert, brauche ich gar nicht. Ich bin einfach am Markt. Ich mache einfach meine Investitionen so, wie ich will und verkaufe meinen Strom am Strommarkt. Es gibt also keinen Deckel. Es ist auch nicht verboten. Es ist auch kein Zwang, da mitzunehmen und ich halte das für total wichtig und essentiell. Ich finde es absurd, die Idee sozusagen, den EE-Ausbau, den erneuerbaren Ausbau auch noch zu bremsen und zu deckeln, wo das doch das ist, was wir sowohl langfristig als auch kurzfristig so dringend brauchen. Und ich schaue mit großer Sorge auf die europäische Diskussion, in der genau solche Vorschläge explizit oder implizit gemacht werden. Also Vorschläge zum Strommarktdesign, was de facto bedeuten würde, und erneuerbare dürfen nicht mehr marktgetrieben ausgebaut werden. Und eigentlich ist genau das, das, was wir unbedingt wollen und brauchen. Also diese Kombi einerseits, wenn du Förderung haben willst, musst du Versteigerungen machen, aber du kannst auch so ausbauen und verkaufen. Das ist okay. Ja. Aber jetzt nur Ausbau rein über Versteigerungen zu organisieren, wäre ein Falsches. Genau. Also ich will den erneuerbaren Projektentwicklern die Möglichkeit geben, so viel zu bauen, wie sie wollen, weil das ist genau das, was wir wünschen, dass sie tun. Ja, vielleicht zum Abschluss die Frage, haben Sie noch was auf dem Herzen, was wir nicht gefragt haben, was Sie nicht gesagt haben, wo Sie die ganze Zeit denken, so, man, das ist doch hier der Punkt. Die Jungs reden über den heißen Brei herum. Nee, überhaupt nicht. Okay. Wunderbar, dann würde ich sagen, oder? Ja, genau. Eine Frage haben wir noch. Und zwar, das hatte ich mir beim Lesen, wäre mir das eingefallen. Ich bin da immer so ein bisschen sensibel über solche Themen. Also einerseits sind Sie ja hier Forscher, angestellt, und andererseits sind Sie Geschäftsführer von einer privaten Beratungsgesellschaft. Da frage ich mich dann immer, gibt es da eigentlich Interessenkonflikte? Ich glaube, im Prinzip gibt es in so einer Konstellation Interessenkonflikte. Also beispielsweise, wenn ein Kunde zu uns kommen würde und sagen, wir haben ja ein bestimmtes Produkt, könnt ihr darüber nicht mal ein wissenschaftliches Papier schreiben und darstellen, wie toll das ist? Und ich glaube, da ist die Antwort, da muss man halt mit umgehen und sowas würden wir nicht machen. Wir haben Prinzipien, was wir machen, was wir nicht machen. Ich halte die Sachen extrem klar auseinander. ein anderer möglicher Konflikt wäre. Es gibt auch so Konstellationen, wo dann wissenschaftliche Mitarbeiter nebenbei auch für das Unternehmen der Professoren arbeiten und da quasi sich die Sachen arbeitsrechtlich vermischen. Das halten wir auch klar auseinander. Also wir machen da alles, um so sauber zu sein, wie es geht. Ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Leon Hirt, Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu dem Interview, das ist ja schon zwei Wochen her und da ist natürlich ein bisschen was passiert. Interessant fand ich noch, dass diese Debatte, also regionale Strompreise, jetzt deutlich auch in der Politik angekommen ist. Die Europäische Regulierungsbehörde hat das irgendwie vorgeschlagen, dass das eine gute Idee wäre und Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben das jetzt auch aufgenommen, so nach dem Motto, wir produzieren doch hier wahnsinnig viel Wind. Sprich, es gibt viel Windstrom, sprich in Niedersachsen und vor allem in Schleswig-Holstein, sollte dieser Strom dann doch billiger sein als zum Beispiel in Bayern, die ja überhaupt nicht oder ganz wenig Wind ausgebaut haben und übrigens auch keine Stromleitung haben wollten, mit denen wir jetzt diesen ganzen Strom dahin hätten transportieren können. Bayern ist natürlich dagegen, weil es höhere Preise bedeuten würde und oder einen verstärkten Ausbau und mehr Leitung. Also ich will nur sagen, das sollten wir kurz noch ergänzt haben, dass diese in dem Interview ja noch etwas theoretische Debatte jetzt deutlich auch in der Politik angekommen ist. Ja und damit biegen wir in dieser Lage der Nation auf die Zielgerade ein und wollen aber nochmal so ein bisschen rauszoomen aus den konkreten Details der Energiepolitik, aus den konkreten Details der Weltlage und uns so ein bisschen auf der Meta-Ebene fragen, wie gehen wir denn eigentlich um mit dieser dunklen Weltlage? Ich bin das diese Woche gefragt worden. Ich war ja zwei Wochen mit der Studienstiftung auf so einer Sommerakademie und da haben mich viele Leute angesprochen, oder mehrere Leute angesprochen und meinten so, die Lage, hören Sie gerne, ist für Sie ein wichtiger Podcast, aber vor allem haben Sie mich darauf hingewiesen und das war für mich neu, das hatte ich so noch nicht gehört, dass die Lage Ihnen auch dabei hilft, quasi mit der psychischen Belastung klar zu kommen, die einfach aus der dunklen Nachrichtenlage resultiert. Ja, es drückt einfach momentan so viel auf die Stimmung. Ja, denken wir an Corona, die neue Welle läuft an, denken wir an den Krieg in der Ukraine, darüber haben wir gesprochen, kommt es zu einem Atomkrieg, denken wir an die Klimakrise. Es gibt einfach so viele Dinge, die einem einfach Angst machen können, die einen einfach mit großer Sorge in die Zukunft blicken lassen können, Philipp. Und ich glaube, da sind wir beiden auch nicht frei davon. Absolut. Ich war, wir haben diese Woche telefoniert, ich war diese Woche, glaube ich, kann man nicht anders sagen, echt in so einem Loch, also auch in Bevorbereitung auf diese Lage und mit dem Krieg und du hast es genannt, diese ganzen Themen und Florida und Pakistan und so weiter und war wirklich, wirklich in einem Loch. Und bei uns ist es jetzt so, viele fragen, wie geht ihr denn damit um? Naja, wir haben halt diesen Podcast, das ist halt Gesprächstherapie, das muss man einfach so sagen, einmal in der Woche. Und mir geht es jetzt zum Beispiel, nachdem wir das hier uns für uns so ein bisschen zurechtgelegt haben und sortiert haben, auch persönlich deutlich besser. Ich bin da hoffnungsvoller gestimmt, weil wir es, glaube ich, ein bisschen besser verstehen. Aber man muss natürlich auch darauf hinweisen, Geschichte ist menschengemacht. Geschichte ist kein Naturgesetz, sondern Menschen machen Geschichte und Menschen können das eben da auch ändern. Und da hat Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung heute noch einen kleinen Kommentar, eine Kolumne dazu geschrieben, die ich irgendwie ganz interessant fand und der hat sowas propagiert wie die Pflicht zur Hoffnung. Ja, genau. Er zitiert dabei den tschechischen Politiker und im Frühjahr auch oppositionellen Václav Havel, der einmal gesagt haben soll, Zitat, je ungünstiger die Situation ist, in der wir unsere Hoffnung bewähren, desto tiefer ist diese Hoffnung. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Und das finde ich persönlich einen sehr, sehr interessanten Satz, denn den kann man in gewisser Hinsicht ja auch auf unsere Demokratie beziehen. Demokratie ist nämlich, wie die PolitikwissenschaftlerInnen das so schön sagen, nicht Output legitimiert. Demokratie ist nicht deswegen die überzeugendste Staatsform, weil sie immer die besten Ergebnisse produziert. Ganz im Gegenteil, ja. Wer wüsste das besser als Menschen, die die Lage hören, weil wir ja ständig die Ergebnisse konkreter demokratischer Politik in unserem Lande im Detail oder auch grundsätzlich kritisieren. Es geht bei der Demokratie also nicht um Output-Legitimation, sondern es geht bei der Demokratie darum, dass es die einzige Regierungsform ist, die es tatsächlich schafft, allen Menschen grundsätzlich, jedenfalls ab 18, gleiche Möglichkeiten zu bieten, sich zu beteiligen an der demokratischen Willensbildung. Und deswegen glaube ich, das möchte ich mal so zusammenfassen als unseren Lage-Take. Ja, wir haben nicht nur eine Pflicht zur Hoffnung, sondern vor allem haben wir die Pflicht, angesichts all dieser Krisen nicht an der Demokratie als solcher zu zweifeln. Ja, unsere Demokratie hat alle möglichen Macken, ja. Und die russische Propaganda versucht es natürlich auch immer wieder über Telegram-Gruppen und Querdenken-Gruppen und was nicht alles in unsere Köpfe zu träufeln. Ja, dieses Gift des Zweifelns an der Demokratie. Aber wir haben halt nichts Besseres. Das muss man sich doch immer wieder klar machen. Wollen wir eine Diktatur? Nein, wollen wir natürlich nicht. Wollen wir ein autokratisches System à la Putin mit irgendwelchen nationalistischen Hirngespinsten? Nein, wollen wir nicht. Wollen wir wieder zurück zum Sozialismus? Haben wir gesehen in der DDR, wie das funktioniert. Das ist doch alles Mist. Wir haben nur dieses eine Regierungssystem, das wirklich überzeugend ist. Wir haben nur die Chance, diesen demokratischen Laden besser zu machen, den wir nun mal einfach haben. Wir haben nur die Chance, uns an der Demokratie zu beteiligen und sie zu möglichst guten Ergebnissen zu führen. Das kann man auf tausend Wegen tun. Das kann man machen, indem man sich zivilgesellschaftlich organisiert in einer NGO. Das kann man machen in einer Partei. Das kann man machen durch Bürgerinitiativen. Das kann man machen durch Demos. Aber wir haben einfach nur die Chance, diese Demokratie zu verbessern. Und deswegen finde ich, haben wir die Pflicht, angesichts all dieser Krisen, nicht an der Demokratie als solcher zu zweifeln. Ja, man kann alles kritisieren. Aber das System als solches, das sollte man engagiert verteidigen. Das wäre so ehrlich gesagt mein Wort zum Samstag. Denn Philipp, dann hat Putin eigentlich verloren. Oder? Wenn wir uns unsere Demokratie nicht kaputt machen lassen durch diesen ganzen Wahnsinn, dann hat Putin jetzt schon verloren. Das ist sicherlich ein Modus, also in so einen aktiven Modus reinzukommen. Wenn es einem schlecht geht, wenn einem das auf die Stimmung drückt, in so einen aktiven Modus reinzukommen, der dann vielleicht in größer oder kleinerem Maße dazu führt, sich gesellschaftlich zu engagieren und sei es nur für die Nachbarin oder den Nachbarn mal einzukaufen oder so. Das ist der eine Modus, den man vorschlagen würde. Und der andere ist halt, ja, wir kritisieren natürlich wahnsinnig viel. Aber das liegt vor allen Dingen daran, dass wir natürlich immer sehen, was ginge. Wir sehen immer das Optimum. Und natürlich wird das Optimum selten erreicht. Klimapolitik, Vermögensverteilung, solche Sachen. Natürlich guckt man da immer drauf und denkt, Mann, das ginge doch besser. Wenn wir das so und so machen würden, dann würden wir doch mehr erreichen. Und trotzdem habe ich aber die Hoffnung und ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass wir mit diesem System, was wir haben, gute Ergebnisse erzielen werden. Vielleicht nicht das Optimum, sicher nicht das Optimale, aber wir werden gute Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, diese Hoffnung, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Ganz genau, das sehe ich ganz genauso. Es gibt aus meiner Sicht da nur ein, wie soll ich sagen, ein Warnsignal. Das ist die enorme ökonomische Ungleichheit in unserem Land, dass es einfach immer mehr sehr arme Menschen gibt und einige wenige sehr, sehr reiche Menschen. Das ist eigentlich so das eine, wo ich sage, da wäre mein Appell insbesondere an die FDP, Leute, vergesst nicht, dass die Demokratie auch darauf beruht, dass alle Menschen den Eindruck haben, sie bekommen ihr faires Stück vom Kuchen. Das schaffen wir in den letzten 15, 20 Jahren in Deutschland leider immer weniger. Wir lassen immer mehr Menschen ohne ökonomische Chancen zurück. Das wäre die einzige Stellschraube, wo ich sagen würde, an der muss man wirklich fundamental drehen, damit die Demokratie eben nicht nur ein politisches System ist, sondern auch ihr Versprechen einlöst, dass jeder sein Stück vom Kuchen bekommt. Aber davon abgesehen, Philipp, bin ich genau bei dir. Das ist immerhin das Beste aller schlechten Systeme, diese Demokratie. Und wir werden das auch schaffen, wenn wir da alle mitmachen. Und wenn wir natürlich auch, so wie wir das hier im Journalismus in der Lage immer wieder machen, den Finger in die Wunde legen, wenn es nicht läuft. Denn das ist ja zugleich die Chance, die Dinge beim nächsten Mal besser zu machen. Werbung. Adhocracy Plus macht digitale Demokratie einfach. Überall und für alle. Ihr möchtet in eurem Umfeld mehr demokratisch mitbestimmen oder mitbestimmen lassen? Adhocracy Plus ist die kostenfreie Open-Source-Beteiligungsplattform für eure Kommune, euer Unternehmen, eure Partei oder auch euren Verein. Mit der Plattform Adhocracy Plus könnt ihr Beteiligungsprojekte einfach umsetzen, indem ihr digitale und analoge Formate transparent miteinander verbindet. Vom Map-basierten Brainstorming über Umfragen und Textkommentierungen bis zur interaktiven Veranstaltung. Adhocracy Plus besteht aus zehn Modulen, die ihr frei miteinander kombinieren könnt. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche könnt ihr beliebig viele Beteiligungsprojekte anlegen. Egal, ob öffentlich, halböffentlich oder privat. Und alle, die mitmachen, können jederzeit auf die wichtigsten Informationen zugreifen und erfahren, wie ihre Ideen zu besseren Ergebnissen führen. Werdet auch ihr Digital-DemokratInnen und registriert eure Organisation auf adhocracy.plus Soweit unser Wort zum Samstag. Wir danken euch für eure Geduld, für euer Interesse, für eure Unterstützung mit Lagerabos und Spenden und Tweets und Pipapo. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, nächste Woche. Bleibt gesund und wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Ja, ein schönes Wochenende. Auf bald. Ciao.